geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller Vorrede der ersten Ausgabe Als ich vor einigen Jahren die Geschichte der niederländischen Revolution unter Philipp II. in Wotsons vortrefflicher Beschreibung las, fühlte ich mich dadurch in eine Begeisterung gesetzt, zu welcher Staatsaktionen nur selten erheben Bei genauerer Prüfung glaubte ich zu finden, daß das, was mich in diese Begeisterung gesetzt hatte, nicht sowohl aus dem Buche in mich übergegangen, als vielmehr eine schnelle Wirkung meiner eigenen Vorstellungskraft gewesen war, die dem empfangenen Stoffe gerade die Gestalt gegeben, worin er mich so vorzüglich reizte. Diese Wirkung wünschte ich bleibend zu machen, zu vervielfältigen, zu verstärken. Diese erhebenden Empfindungen wünschte ich weiter zu verbreiten und auch andere Anteil daran nehmen zu lassen. Dies gab den ersten Anlaß zu dieser Geschichte, und dies ist auch mein ganzer Beruf, sie zu schreiben. Die Ausführung dieses Vorhabens führte mich weiter, als ich anfangs dachte. Eine vertrautere Bekanntschaft mit meinem Stoffe ließ mich bald blößen, darin gewahr werden, die ich nicht vorausgesehen hatte. Weite leere Strecken, die ich ausfüllen, anscheinende Widersprüche, die ich heben, isolierte Fakta, die ich an die übrigen anknüpfen musste. Weniger um meine Geschichte mit vielen neuen Begebenheiten anzufüllen, als um zu denen, die ich bereits hatte, einen Schlüssel aufzusuchen. Machte ich mich an die Quellen selbst, und so erweiterte sich zu einer ausgeführten Geschichte, was anfangs nur bestimmt war, ein allgemeiner Umriß zu werden. Gegenwärtiger erster Teil, der sich mit dem Abzug der Herzogin von Parma aus den Niederlanden endigt, ist nur als die Einleitung zu der eigentlichen Revolution anzusehen, die erst unter dem Regiment ihres Nachfolgers zum Ausbruch kam. Ich glaubte, dieser vorbereitenden Epoche um so mehr Sorgfalt und Genauigkeit widmen zu müssen, Je mehr ich diese Eigenschaften bei den meisten Skribenten vermisste, welche diese Epoche vor mir behandelt haben, und je mehr ich mich überzeugte, dass alle Nachfolgenden auf ihr beruhen. Findet man daher diesen ersten Teil zu arm an wichtigen Begebenheiten, zu ausführlich in geringen oder geringe Scheinenden, zu verschwenderisch in Wiederholungen und überhaupt zu langsam im Fortschritt der Handlung. So erinnere man sich, dass eben aus diesen geringen Anfängen die ganze Revolution allmählich hervorging, dass alle nachherigen großen Resultate aus der Summe unzählig vieler kleinen sich ergeben haben. Eine Nation, wie diejenige war, die wir hier vor uns haben, tut die ersten Schritte immer langsam, zurückgezogen und ungewiß, aber die folgenden alsdann desto rascher. Denselben Gang habe ich mir auch bei Darstellung dieser Rebellion vorgezeichnet. Je länger der Leser bei der Einleitung verweilt worden, je mehr er sich mit den handelnden Personen familiarisiert und in dem Schauplatz, auf welchem sie wirken, eingewohnt hat, mit desto raschern und sicheren Schritten kann ich ihn dann durch die folgenden Perioden führen, wo mir die Anhäufung des Stoffes, diesen langsamen Gang und diese Ausführlichkeit verbieten wird. Über Armut an Quellen lässt sich bei dieser Geschichte nicht klagen, vielleicht eher über ihren Überfluß. Weil man sie alle gelesen haben müsste, um die Klarheit wieder zu gewinnen, die durch das Lesen vieler in manchen Stücken leidet. Bei so ungleichen, relativen, oft ganz widersprechenden Darstellungen derselben Sache hält es überhaupt schon schwer, sich der Wahrheit zu bemächtigen, die in allen teilweise versteckt, in keiner aber ganz und in ihrer reinen Gestalt vorhanden ist. Bei diesem ersten Bande sind außer Deton, Strada, Reit, Grotius, Metären, Burgundius, Meursius, Bentivoclio, und einigen Neuern, die Memoirs des Staatsrats, Hopperus, das Leben und der Briefwechsel seines Freundes, Viglius, die Prozeßakten der Grafen von Horn und von Egmont, die Apologie des Prinzen von Oranien, und wenige andere, meine Führer gewesen. Eine ausführliche, mit Fleiß und Kritik zusammengetragene und mit seltener Billigkeit und Treue verfaßte Kompilation, die wirklich noch einen bessern Namen verdient, hat mir sehr wichtige Dienste dabei getan, weil sie, außer vielen Aktenstücken, die nie in meine Hände kommen konnten, die schätzbaren Werke von Bohr, Hoft, Brandt, Leclerc und andere, die ich teils nicht zur Hand hatte, teils, da ich des Holländischen nicht mächtig bin, nicht benutzen konnte, in sich aufgenommen hat. Es ist dies, die allgemeine Geschichte der Vereinigten Niederlande, welche in diesem Jahrhundert in Holland erschienen ist. Ein übrigens mittelmäßiger Skribent, Richard Dinot, ist mir durch Auszüge aus einigen Broschüren jener Zeit, die sich selbst längst verloren haben, nützlich geworden. Um den Briefwechsel des Kardinals Granvella, der unstreitig vieles Licht auch über diese Epoche würde verbreitet haben, habe ich mich vergeblich bemüht. Die erst kürzlich erschienene Schrift meines vortrefflichen Landsmanns, Herrn Professors Spittler in Göttingen, über die spanische Inquisition, kam mir zu spät zu Gesichte, als daß ich von ihrem scharfsinnigen und vollwichtigen Inhalt noch hätte Gebrauch machen können. Daß es nicht in meiner Macht gestanden hat, diese reichhaltige Geschichte ganz, wie ich es wünschte, aus ihren ersten Quellen und gleichzeitigen Dokumenten zu studieren, sie unabhängig von der Form, in welcher sie mir von dem denkenden Theile meiner Vorgänger geliefert war, neu zu erschaffen, und mich dadurch von der Gewalt frei zu machen, welche jeder geistvolle Schriftsteller mehr oder weniger gegen seine Leser ausübt, beklage ich immer mehr, je mehr ich mich von ihrem Gehalt überzeuge. So aber hätte aus einem Werke von etlichen Jahren das Werk eines Menschenalters werden müssen. Meine Absicht bei diesem Versuche ist mehr als erreicht, wenn er einen Teil des lesenden Publikums von der Möglichkeit überführt, dass eine Geschichte historisch treu geschrieben sein kann, ohne darum eine Geduldkrobe für den Leser zu sein, und wenn er einem andern das Geständnis abgewinnt, dass die Geschichte von einer verwandten Kunst etwas borgen kann, ohne deswegen notwendig zum Roman zu werden. Weimar in der Michaelismesse Ende von Vorrede der ersten Ausgabe Einleitung von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller Einleitung Eine der merkwürdigsten Staatsbegebenheiten, die das sechzehnte Jahrhundert zum glänzendsten der Welt gemacht haben, dünkt mir die Gründung der niederländischen Freiheit. Wenn die schimmernden Taten der Ruhmsucht und einer verderblichen Herrschbegierde auf unsere Bewunderung Anspruch machen, wie vielmehr eine Begebenheit, wo die bedrängte Menschheit um ihre edelsten Rechte ringt, wo mit der guten Sache ungewöhnliche Kräfte sich sparen und die Hilfsmittel entschlossner Verzweiflung über die furchtbaren Künste der Tyrannei in ungleichem Wettkampf siegen. Groß und beruhigend ist der Gedanke, dass gegen die trotzigen Anmaßungen der Fürstengewalt endlich noch eine Hilfe vorhanden ist, dass ihre berechnetesten Plane an der menschlichen Freiheit zu schanden werden, dass ein herzhafter Widerstand auch den gestreckten Arm eines despoten Beugen, heldenmütige Beharrung seine schrecklichen Hilfsquellen endlich erschöpfen kann. Nirgends durchdrang mich diese Wahrheit so lebhaft als bei der Geschichte jenes denkwürdigen Aufruhrs, der die Vereinigten Niederlande auf immer von der spanischen Krone trennte. Und darum achtete ich es des Versuches nicht unwert, dieses schöne Denkmal bürgerlicher Stärke vor der Welt aufzustellen, in der Brust meines Lesers ein fröhliches Gefühl seiner selbst zu erwecken und ein neues, ein neues, unverwerfliches Beispiel zu geben, was Menschen wagen dürfen für die gute Sache und ausrichten mögen durch Vereinigung. Es ist nicht das außerordentliche oder heroische dieser Begebenheit, was mich anreizt, sie zu beschreiben. Die Jahrbücher der Welt haben uns ähnliche Unternehmungen aufbewahrt, die in der Anlage noch kühner, in der Ausführung noch glänzender erscheinen. Manche Staaten stürzten mit einer prächtigern Erschütterung zusammen, mit erhabenerem Schwunge stiegen andere auf, Auch erwarte man hier keine hervorragende, kolossalische Menschen, keine der staunenswürdigen Taten, die uns die Geschichte vergangener Zeiten in so reichlicher Fülle darbietet. Jene Zeiten sind vorbei, jene Menschen sind nicht mehr. Im weichlichen Schoß der Verfeinerung haben wir die Kräfte erschlaffen lassen, die jene Zeitalter übten und notwendig machten. Mit niedergeschlagener Bewunderung staunen wir jetzt diese Riesenbilder an, wie ein entnervter Greis die mannhaften Spiele der Jugend. Nicht so bei vorliegender Geschichte. Das Volk, welches wir hier auftreten sehen, war das friedfertigste dieses Welttheils, und weniger als alle seine Nachbarn jenes Heldengeist fähig, der auch der geringfügigsten Handlung einen höhern Schwung gibt. Der Drang der Umstände überraschte es mit seiner eigenen Kraft und nötigte ihm eine vorübergehende Größe auf, die es nie haben sollte und vielleicht nie wieder haben wird. Es ist also gerade der Mangel an heroischer Größe, was diese Begebenheit eigentümlich und unterrichtend macht. Und wenn sich andere zum Zweck setzen, die Überlegenheit des Genies über den Zufall zu zeigen, so stelle ich hier ein Gemälde auf, wo die Not das Genie erschuf und die Zufälle Helden machten. Wäre es irgend erlaubt, in menschliche Dinge eine höhere Vorsicht zu flechten, so wäre es bei dieser Geschichte. So widersprechend erscheint sie der Vernunft und allen Erfahrungen. Philipp Philipp II., der mächtigste Souverän seiner Zeit, dessen gefürchtete Übermacht ganz Europa zu verschlingen droht, dessen Schätze die vereinigten Reichtümer aller christlichen Könige übersteigen, dessen Flotten in allen Meeren Gebieten, ein Monarch, dessen gefährlichen Zwecken zahlreiche Heere dienen, Heere, die durch lange und blutige Kriege und eine römische Mannszucht gehärtet, durch einen trotzigen Nationalstolz begeistert und erhitzt durch das Andenken erfochtener Siege, nach Ehre und Beute dürsten und sich unter dem verwegenen Genie ihrer Führer als folgsame Glieder bewegen, dieser gefürchtete Mensch einem hartnäckigen Entwurf hingegeben, Ein Unternehmen, die rastlose Arbeit seines langen Regentenlaufs, alle diese furchtbaren Hilfsmittel auf einen einzigen Zweck gerichtet, den er am Abend seiner Tage unerfüllt aufgeben muss. Philipp der Zweite mit wenigen schwachen Nationen im Kampfe, den er nicht endigen kann. Und gegen welche Nationen? Hier ein friedfertiges Fischer- und Hürtenvolk in einem vergessenen Winkel Europens, den es noch mühsam der Meeresflut abgewann. Die See sein Gewerbe, sein Reichtum und seine Plage, eine freie Armut sein höchstes Gut, sein Ruhm, seine Tugend. Dort ein gutartiges, gesittetes Handelsvolk, schwelgend von den üppigen Früchten eines gesegneten Fleißes, wachsam auf Gesetze, die seine Wohltäter waren. In der glücklichen Muße des Wohlstandes verläßt es der Bedürfnisse ängstlichen Kreis und lernt nach höherer Befriedigung Dürsten. Die neue Wahrheit, deren erfreuender Morgen jetzt über Europa hervorbricht, wirft einen befruchtenden Strahl in diese günstige Zone und freudig empfängt der freie Bürger das Licht, dem sich gedrückte traurige Sklaven verschließen. Ein fröhlicher Muthwille, der gerne den Überfluß und die Freiheit begleitet, reizt es an, das Ansehn verjährter Meinungen zu prüfen und eine schimpfliche Kette zu brechen. Die schwere Zuchtruthe des Despotismus hängt über ihm. Eine willkürliche Gewalt droht die Grundpfeiler seines Glücks einzureißen. Der Bewahrer seiner Gesetze wird sein Tyrann. Einfach in seiner Staats Weisheit wie in seinen Sitten Erkühnt es sich, einen veralteten Vertrag aufzuweisen und den Herrn beider Indien an das Naturrecht zu mahnen. Ein Name entscheidet den ganzen Ausgang der Dinge. Man nannte Rebellion in Madrid, was in Brüssel nur eine gesetzliche Handlung hieß. Die Beschwerden Brabants förderten einen staatsklugen Mittler. Philipp der Zweite sandte ihm einen Henker. Und die Losung des Kriegs war gegeben. Eine Tyrannei ohne Beispiel greift Leben und Eigentum an. Der verzweifelnde Bürger, dem zwischen einem zweifachen Tode die Wahl gelassen wird, erwählt den Edleren auf dem Schlachtfeld. Ein wohlhabendes, üppiges Volk liebt den Frieden, Aber es wird kriegerisch, wenn es arm wird. Jetzt hört es auf, für ein Leben zu zittern, dem alles mangeln soll, warum es wünschenswürdig war. Die Wut des Aufruhrs ergreift die entferntesten Provinzen. Handel und Wandel liegen da nieder, die Schiffe verschwinden aus den Häfen, der Künstler aus seiner Werkstätte, der Landmann aus den verwüsteten Feldern, tausende fliehen in ferne Länder, tausend Opfer fallen auf dem Blutgerüste und neue Tausende drängen sich hinzu. Denn göttlich muß eine Lehre sein, für die so freudig gestorben werden kann. Noch fehlt die letzte vollendende Hand, der erleuchtete, unternehmende Geist, der diesen großen politischen Augenblick haschte und die Geburt des Zufalls zum Plane der Weisheit erzöge. Wilhelm der Stille weiht sich, ein zweiter Brutus, dem großen Anliegen der Freiheit. Über eine furchtsame Selbstsucht erhaben, kündigt er dem Throne strafbare Pflichten auf, entkleidet sich großmütig seines fürstlichen Daseins, steigt zu einer freiwilligen Armut herunter und ist nichts mehr als ein Bürger der Welt. Die gerechte Sache wird gewagt auf das Glücksspiel der Schlachten. Aber zusammengeraffte Mietlinge und ein friedliches Landvolk können dem furchtbaren Andrang einer geübten Kriegsmacht nicht standhalten. Zweimal führt er seine mutlosen Heere gegen gegen den Tyrannen. Zweimal verlassen sie ihn. Aber nicht sein Mut. Philipp der Zweite sendet so viele Verstärkungen, als seines Mittlers grausame Habsucht Bettler machte. Flüchtlinge, die das Vaterland auswarf, suchen sich ein Neues auf dem Meere und auf den Schiffen ihres Feindes, Sättigung, ihrer Rache und ihres Hungers. Jetzt werden Seehelden aus Korsaren, aus Raubschiffen zieht sich eine Marine zusammen, und eine Republik steigt aus Moresten empor. Sieben Provinzen zerreißen zugleich ihre Bande, ein neuer jugendlicher Staat, mächtig durch Eintracht, seine Wasserflut und Verzweiflung. Ein feierlicher Spruch der Nation entsetzt den Tyrannen des Thrones. Der spanische Name verschwindet aus allen Gesetzen. Jetzt ist eine Tat gethan, die keine Vergebung mehr findet. Die Republik wird fürchterlich, weil sie nicht mehr zurück kann. Faktionen zerreißen ihren Bund, selbst ihr schreckliches Element, das Meer, mit ihrem Unterdrücker verschworen, droht ihrem zarten Anfang ein frühzeitiges Grab. Sie fühlt ihre Kräfte der überlegenen Macht des Feindes erliegen und wirft sich bittend vor Europens mächtigste Throne, eine Souveränität wegzuschenken, die sie nicht mehr beschützen kann. Endlich und mühsam, so verächtlich begann dieser Staat, dass selbst die Habsucht fremder Könige seine junge Blüte verschmähte. Einem Fremdling endlich dringt sie ihre gefährliche Krone auf. Neue Hoffnungen erfrischen ihren sinkenden Mut, aber einen Verräter gab ihr in diesem neuen Landesvater das Schicksal. Und in dem drangvollen Zeitpunkt, wo der unerbittliche Feind vor den Toren schon stürmet, tastet Karl von Anjou die Freiheit an, zu deren Schutz er gerufen worden. Eines Meuchelmörders Hand reißt noch den Steuermann von dem Ruder. Ihr Schicksal scheint vollendet, mit Wilhelm von Oranien alle ihre rettenden Engel geflohen. Aber das Schiff liegt im Sturme und die wallenden Segel bedürfen des Ruderers Hilfe nicht mehr. Philipp der Zweite sieht die Frucht einer Tat verloren, die ihm seine fürstliche Ehre und wer weiß, ob nicht den heimlichen Stolz seines stillen Bewusstseins kostet. Hartnäckig und ungewiß ringt mit dem Despotismus die Freiheit. Mördrische Schlachten werden gefochten. Eine glänzende Heldenreihe wechselt auf dem Felde der Ehre. Flandern und Brabant war die Schule, die dem kommenden Jahrhundert Feldherrn erzog. Ein langer, verwüstender Krieg zertritt den Segen des offenen Landes. Sieger und Besiegte verbluten, während das der werdende Wasserstaat den fliehenden Fleiß zu sich lockte und auf den Trümmern seines Nachbars den herrlichen Bau seiner Größe erhub. Vierzig Jahre dauerte ein Krieg, dessen glückliche Endigung Philipps sterbendes Auge nicht erfreute, der ein Paradies in Europa vertilgte und ein Neues aus seinen Ruinen erschuf, der die Blüte der kriegerischen Jugend verschlang, einen ganzen Weltteil bereicherte und den Besitzer des goldreichen Peru zum armen Manne machte. Dieser Monarch, der ohne sein Land zu drücken neunmal hundert Tonnen Goldes verschwenden durfte, der noch weit mehr durch tyrannische Künste erzwang, häufte eine Schuld von hundertundfierzig Millionen Dukaten auf sein entvölkertes Land. Ein unversöhnlicher Hass der Freiheit verschlang alle diese Schätze und verzehrte fruchtlos sein königliches Leben. Aber die Reformation gedeihte unter den Verwüstungen seines Schwerts und die neue Republik hob aus Bürgerblut ihre siegende Fahne. Diese unnatürliche Wendung der Dinge scheint an ein Wunder zu grenzen. Aber vieles vereinigte sich, die Gewalt dieses Königs zu brechen und die Fortschritte des jungen Staats zu begünstigen. Wäre das ganze Gewicht seiner Macht auf die Vereinigten Provinzen gefallen, so war keine Rettung für ihre Religion, ihre Freiheit. Sein eigner Ehrgeiz kam ihrer Schwäche zu Hilfe, indem er ihn nötigte, seine Macht zu teilen, die kostbare Politik in jedem Kabinett Europens Verräter zu besolden, die Unterstützungen der League in Frankreich, der Aufstand der Mauren in Grenada, Portugals Eroberung und der prächtige Bau vom Escurial erschöpften endlich seine so unermeßlich scheinenden Schätze und untersagten ihm, mit Lebhaftigkeit und Nachdruck im Felde zu handeln. Die deutschen und italienischen Truppen, die nur die Hoffnung der Beute unter seine Fahnen gelockt hatte, empörten sich jetzt, weil er sie nicht bezahlen konnte, und verließen treulos ihre Führer im entscheidenden Moment ihrer Wirksamkeit. Diese fürchterlichen Werkzeuge der Unterdrückung kehrten jetzt ihre gefährliche Macht gegen ihn selbst und wüteten feindlich in den Provinzen, die ihm treu geblieben waren. Jene unglückliche Ausrüstung gegen Britannien, an die er, gleich einem rasenden Spieler, die ganze Kraft seines Königreichs wagte, vollendete seine Entnervung. Mit der Armada ging der Tribut beider Indien und der Kern der spanischen Heldenzucht unter. Aber in eben dem Maße, wie sich die spanische Macht erschöpfte, gewann die Republik frisches Leben. Die Lücken, welche die neue Religion, die Tyrannei, der Glaubensgerichte, die wütende Raubsucht der Soldateska und die Verheerungen eines langwierigen Kriegs ohne Unterlaß in die Provinzen Brabant, Flandern und Hennegau Rissen, die der Waffenplatz und die Vorratskammer dieses kostbaren Krieges waren, machten es natürlicher Weise mit jedem Jahre schwerer, die Armeen zu unterhalten und zu erneuern. Die katholischen Niederlande hatten schon eine Million Bürger verloren und die zertretenen Felder nährten ihre Flüger nicht mehr. Spanien selbst konnte wenig Volk mehr entraten. Diese Länder, durch einen schnellen Wohlstand überrascht, der den Müßiggang herbeiführte, hatten sehr an Bevölkerung verloren und und konnten diese Menschenversendungen nach der neuen Welt und den Niederlanden nicht lange aushalten. Wenige unter diesen sahen ihr Vaterland wieder. Diese wenigen hatten es als Jünglinge verlassen und kamen nun als entkräftete Greise zurück. Das gemeiner gewordene Gold machte den Soldaten immer teurer. Der überhand nehmende Reiz der Weichlichkeit steigerte den Preis der entgegengesetzten Tugenden. Ganz anders verhielt es sich mit den Rebellen. Alle die Tausende, welche die Grausamkeit der königlichen Stadthalter aus den südlichen Niederlanden, der Huguenottenkrieg aus Frankreich und der Gewissenszwang aus anderen Gegenden Europens verjagten. Alle gehörten ihnen. Ihr Werbeplatz war die ganze christliche Welt. Für sie arbeitete der Fanatismus der Verfolger wie der Verfolgten. Die frische Begeisterung einer neu verkündigten Leere, Rachsucht, Hunger und hoffnungsloses Elend zogen aus allen Distrikten Europens Abenteurer unter ihre Fahnen. Alles, was für die neue Leere gewonnen war, was von dem Despotismus gelitten oder noch künftig von ihm zu fürchten hatte, machte das Schicksal dieser neuen Republik gleichsam zu seinem eigenen. Jede Kränkung von einem Tyrannen erlitten gab ein Bürgerrecht in Holland. Man drängte sich nach einem Lande, wo die Freiheit ihre erfreuende Fahne aufsteckte, wo der flüchtigen Religion Achtung und Sicherheit und Rache an ihren Unterdrückern gewiß war. Wenn wir den Zusammenfluß aller Völker in dem heutigen Holland betrachten, die beim Eintritt in sein Gebiet ihre Menschenrechte zurück empfangen, was muss es damals gewesen sein, wo noch das ganze übrige Europa unter einem traurigen Geistesdruck seufzte, wo Amsterdam beinahe der einzige Freihafen aller Meinungen war. Viele hundert Familien retteten ihren Reichtum in ein Land, das der Ozean und die Eintracht gleich mächtig beschirmten. Die republikanische Armee war vollzählig, ohne dass man nötig gehabt hätte, den Flug zu entblößen. Mitten unter dem Waffengeräusch blühten Gewerbe und Handel und der ruhige Bürger genoss im Voraus alle Früchte der Freiheit, die mit fremdem Blut erst erstritten wurden. Zu eben der Zeit, wo die Republik Holland noch um ihr Dasein kämpfte, rückte sie die Grenzen ihres Gebiets über das Weltmeer hinaus und baute still an ihren Ostindischen Thronen. Noch mehr, Spanien führte diesen kostbaren Krieg mit Totem, unfruchtbarem Golde, das nie in die Hand zurückkehrte, die es weggab, aber den Preis aller Bedürfnisse in Europa erhöhte. Die Schatzkammer der Republik waren Arbeitsamkeit und Handel. Jenes verminderte, diese vervielfältigte die Zeit. In eben dem Maße, wie sich die Hilfsquellen der Regierung bei der langen Fortdauer des Krieges erschöpften, fing die Republik eigentlich erst an, ihre Ernte zu halten. Es war eine gesparte, dankbare Aussaat, die spät, aber hundertfältig wiedergab. Der Baum, von welchem Philipp sich Früchte brach, war ein umgehauener Stamm und grünte nicht wieder. Philipps widriges Schicksal wollte, dass alle Schätze, die er zum Untergang der Provinzen verschwendete, sie selbst noch bereichern halfen. Jene ununterbrochenen Ausflüsse des spanischen Goldes hatten Reichtum und Luxus durch ganz Europa verbreitet. Europa aber empfing seine vermehrten Bedürfnisse größtenteils aus den Händen der Niederländer, die den Handel der ganzen damaligen Welt beherrschten und den Preis aller Waren bestimmten. Sogar während dieses Kriegs konnte Philipp der Republik Holland den Handel mit seinen eigenen Untertanen nicht wehren, ja, er konnte dieses nicht einmal wünschen. Er selbst bezahlte den Rebellen die Unkosten ihrer Verteidigung. Denn eben der Krieg, der sie aufreiben sollte, vermehrte den Absatz ihrer Waren. Der ungeheure Aufwand für seine Flotten und Armeen floß größtenteils in die Schatzkammer der Republik, die mit den flämischen und brabantischen Handelsplätzen in Verbindung stand. Was Philipp gegen die Rebellen in Bewegung setzte, wirkte mittelbar für sie. Alle die unermesslichen Summen, die ein 40-jähriger Krieg verschlang, waren in die Fässer der Danaiden angegossen und zerrannen in einer bodenlosen Tiefe. Der träge Gang dieses Kriegs tat dem König von Spanien ebenso viel Schaden, als er den Rebellen Vorteile brachte. Seine Armee war größtenteils aus den Überresten jener siegreichen Truppen zusammengeflossen, die unter Karl, dem Fünften, bereits ihre Lorbeeren gesammelt hatten. Alter und lange Dienste berechtigten sie zur Ruhe. Viele unter ihnen, die der Krieg bereichert hatte, wünschten sich ungeduldig nach ihrer Heimat zurück, ein mühevolles Leben gemächlich zu enden. Ihr vormaliger Eifer, ihr Heldenfeuer und ihre Mannszucht ließen in eben dem Grade nach, als sie ihre Ehre und Pflicht gelöst zu haben glaubten und die Früchte so vieler Feldzüge endlich zu ernten anfingen. Dazu kam, dass Truppen, die gewohnt waren, durch das Ungestüm ihres Angriffs jeden Widerstand zu besiegen. Ein Krieg ermüden musste, der weniger mit Menschen als mit Elementen geführt wurde, der mehr die Geduld übte, als die Ruhmbegierde vergnügte, wobei weniger Gefahr als Beschwerlichkeit und Mangel zu bekämpfen war. Weder ihr persönlicher Mut noch ihre lange kriegerische Erfahrung konnten ihnen in einem Lande zu statten kommen, dessen eigentümliche Beschaffenheit oft auch dem Feigsten der Eingebornen über sie Vorteile gab. Auf einem fremden Boden endlich schadete ihnen eine Niederlage mehr als viele Siege über einen Feind, der hier zu Hause war, ihnen nützen konnten. Mit den Rebellen war es gerade der umgekehrte Fall. In einem so langwierigen Kriege, wo keine entscheidende Schlacht geschah, mußte der schwächere Feind zuletzt von dem Stärkern lernen, kleine Niederlagen ihn an die Gefahr gewöhnen, kleine Siege seine Zuversicht beisteuern. Bei Eröffnung des Bürgerkriegs hatte sich die Republikanische Armee vor der Spanischen im Felde kaum zeigen dürfen. Seine lange Dauer übte und härtete sie. Wie die königlichen Heere des Schlagens überdrüssig wurden, war das Selbstvertrauen der Rebellen mit ihrer bessern Kriegszucht und Erfahrung gestiegen. Endlich nach einem halben Jahrhundert gingen Meister und Schüler unüberwunden als gleiche Kämpfer auseinander. Ferner wurde im ganzen Verlauf dieses Krieges von Seiten der Rebellen mit mehr Zusammenhang und Einheit gehandelt als von Seiten des Königs. Ehe jene ihr erstes Oberhaupt verloren, war die Verwaltung der Niederlande durch nicht weniger als fünf verschiedene Hände gegangen. Die Unentschlüssigkeit der Herzogin von Parma teilte sich dem Kabinett zu Madrid mit und ließ es in kurzer Zeit beinahe alle Staatsmaximen durchwandern. Herzog Albas unbeugsame Härte, die Gelindigkeit seines Nachfolgers Requisance, Don Johans von Österreich, Hinterlist und Tücke, und der lebhafte Cäsarische Geist des Prinzen von Parma gaben diesem Krieg ebenso viel entgegengesetzte Richtungen, während das der Plan der Rebellion in dem einzigen Kopfe, worin er klar und lebendig wohnte, immer derselbe blieb. Das größere Übel war, daß die Maxime mehrenteils das Moment verfehlte, in welchem sie anzuwenden sein mochte. Im Anfang der Unruhen, wo das Übergewicht augenscheinlich noch auf Seiten des Königs war, wo ein rascher Entschluß und männliche Stetigkeit die Rebellion noch in der Wiege erdrücken konnten, ließ man den Zügel der Regierung in den Händen eines Weibes schlaff hin und her schwanken. Nachdem die Empörung zum wirklichen Ausbruch gekommen war, die Kräfte der Faktion und des Königs schon mehr im Gleichgewichte standen und eine kluge Geschmeidigkeit allein dem nahen Bürgerkrieg wehren konnte, fiel die Stadthalterschaft einem Manne zu, dem zu diesem Posten gerade diese einzige Tugend fehlte. Einem so wachsamen Aufseher als Wilhelm der Verschwiegene war, entging keiner der Vorteile, die ihm die fehlerhafte Politik seines Gegners gab, und mit stillem Fleiß rückte er langsam sein großes Unternehmen zum Ziele. Aber warum erschien Philipp der Zweite nicht selbst in den Niederlanden? Warum wollte er lieber die unnatürlichsten Mittel erschöpfen, um nur das einzige nicht zu versuchen, welches nicht fehlschlagen konnte? Die üppige Gewalt des Adels zu brechen, war kein Ausweg natürlicher als die persönliche Gegenwart des Herrn. Neben der Majestät musste jede Privatgröße versinken, jedes andere Ansehen erlöschen, anstatt dass die Wahrheit durch so viele unreine Kanäle langsam und trübe nach dem entlegenen Throne floss, dass die verzögerte Gegenwehr dem Werke des Ohngefährs Zeit ließ, zu einem Werke des Verstandes zu reifen, hätte sein eigener durch dringender Blick Wahrheit von Irrtum geschieden. Nicht seine Menschlichkeit kalte Staatskunst allein hätte dem Lande eine Million Bürger gerettet. Je näher ihrer Quelle desto nachdrücklicher wären die Edikte gewesen, je dichter an ihrem Ziele, desto unkräftiger und verzagter die Streiche des Aufruhrs gefallen. Es kostet unendlich mehr, das Böse, dessen man sich gegen einen abwesenden Feind wohl getrauen mag, ihm ins Angesicht zuzufügen. Die Rebellion schien anfangs selbst vor ihrem Namen zu zittern und schmückte sich lange Zeit mit dem künstlichen Vorwand die Sache des Souveräns gegen die willkürlichen Anmaßungen seines Stadthalters in Schutz zu nehmen. Philipps Erscheinung in Brüssel hätte dieses Gaukelspiel auf einmal geendigt. Jetzt musste sie ihre Vorspiegelung erfüllen oder die Larve abwerfen und sich durch ihre wahre Gestalt verdammen. Und welche Erleichterung für die Niederlande, wenn seine Gegenwart ihnen auch nur diejenigen Übel erspart hätte, die ohne sein Wissen und gegen seinen Willen auf sie gehäuft wurden. Welcher Gewinn für ihn selbst, wenn sie auch zu nichts weiter gedient hätte, als über die Anwendung der unermesslichen Summen zu wachen, die zu den Bedürfnissen des Kriegs widerrechtlich gehoben, in den räuberischen Händen seiner Verwalter verschwanden. Was seine Stellvertreter durch den unnatürlichen Behelf des Schreckens erzwingen mußten, hätte die Majestät in allen Gemütern schon vorgefunden. Was jene zu Gegenständen des Abscheus machte, hätte ihm höchstens Furcht erworben. Denn der Missbrauch angeborner Gewalt drückt weniger schmerzhaft als der Missbrauch Empfangener. Seine Gegenwart hätte Tausende gerettet, wenn er auch nichts als ein haushälterischer Despot war. Wenn er auch nicht einmal der war, so würde das Schrecken seiner Person ihm eine Landschaft erhalten haben, die durch den Haß und die Geringschätzung seiner Maschinen verloren ging. Gleich wie die Bedrückung des niederländischen Volkes eine Angelegenheit aller Menschen wurde, die ihre Rechte fühlten, ebenso möchte man denken, hätte der Ungehorsam und Abfall dieses Volkes eine Aufforderung an alle Fürsten sein sollen, in der gerechtsame ihres Nachbars ihre eigene zu schützen. Aber die Eifersucht über Spanien gewann es diesmal über diese politische Sympathie und die ersten Mächte Europens traten lauter oder stiller auf die Seite der Freiheit. Kaiser Maximilian der Zweite Obgleich dem Spanischen Hause durch Bande der Verwandtschaft verpflichtet, gab ihm gerechten Anlaß zu der Beschuldigung, die Partei der Rebellen Ingeheim Ingeheim Begünstigt zu haben. Durch das Anerbieten seiner Vermittlung gestand er ihren Beschwerden stillschweigend einen Grad von Gerechtigkeit zu, welches sie aufmuntern musste, desto standhafter darauf zu beharren. Unter einem Kaiser, der dem spanischen Hof aufrichtig ergeben gewesen wäre, hätte Wilhelm von Oranien schwerlich so viele Truppen und Gelder aus Deutschland gezogen. Frankreich, ohne den Frieden offenbar und förmlich zu brechen, stellte einen Prinzen vom Geblüt an die Spitze der niederländischen Rebellen. Die Operationen der Letztern wurden größtenteils mit französischem Gelde und Truppen vollführt. Elisabeth von England übte nur eine gerechte Rache und Wiedervergeltung aus, da sie die Aufrührer gegen ihren rechtmäßigen Oberherrn in Schutz nahm. Und wenn gleich ihr sparsamer Beistand höchstens nur hinreichte, den gänzlichen Ruin der Republik abzuwehren, so war dieses in einem Zeitpunkt schon unendlich viel, wo ihren erschöpften Mut Hoffnung allein noch hinhalten konnte. Mit diesen beiden Mächten stand Philipp damals noch im Bündnis des Friedens, und beide wurden zu Verrätern an ihm. Zwischen dem Starken und Schwachen ist Redlichkeit oft keine Tugend. Dem, der gefürchtet wird, kommen selten die feineren Bande zugut, welche Gleiches mit Gleichem zusammenhalten. Philipp selbst hatte die Wahrheit aus dem politischen Umgange verwiesen, er selbst die Sittlichkeit zwischen Königen aufgelöst und die Hinterlist zur Gottheit des Kabinetts gemacht. Ohne seiner Überlegenheit jemals froh zu werden, musste er sein ganzes Leben hindurch mit der Eifersucht ringen, die sie ihm bei anderen erweckte. Europa ließ ihn für den Missbrauch einer Gewalt büßen, von der er in der Tat nie den ganzen Gebrauch gehabt hatte. Bringt man gegen die Ungleichheit beider Kämpfer, die auf den ersten Anblick so sehr in Erstaunen setzt, alle Zufälle in Berechnung, welche jenen anfeindeten und diesen begünstigten, so verschwindet das Übernatürliche dieser Begebenheit. Aber das Außerordentliche bleibt, und man hat einen richtigen Maßstab gefunden, das eigene Verdienst dieser Republikaner, um ihre Freiheit angeben zu können. Doch denke man nicht, dass dem Unternehmen selbst eine so genaue Berechnung der Kräfte vorangegangen sei, oder dass sie beim Eintritt in dieses ungewisse Meer schon das Ufer gewußt haben, an welchem sie nachher landeten. So reif, als es zuletzt dastand in seiner Vollendung, erschien das Werk nicht in der Idee seiner Urheber. So wenig als vor Luthers Geiste die ewige Glaubenstrennung, da er gegen den Ablass kam, aufstand. Welcher Unterschied zwischen dem bescheidenen Aufzug jener Bettler in Brüssel, die um eine menschlichere Behandlung als um eine Gnade flehen, und der furchtbaren Majestät eines Freistaats, der mit Königen als seinesgleichen unterhandelt und in weniger als einem Jahrhundert den Thron seiner vormaligen Tyrannen verschenkt. Des Fatums unsichtbare Hand führte den abgedrückten Pfeil in einem höheren Bogen und nach einer ganz anderen Richtung fort, als ihm von der Sehne gegeben war. Im Schoße des glücklichen Brabants wird die Freiheit geboren, die, noch ein neugeborenes Kind, ihrer Mutter entrissen, das verachtete Holland beglücken soll. Aber das Unternehmen selbst darf uns darum nicht kleiner erscheinen, weil es anders ausschlug, als es gedacht worden war. Der Mensch verarbeitet, glättet und bildet den rohen Stein, den die Zeiten herbeitragen. Ihm gehört der Augenblick und der Punkt, aber die Weltgeschichte rollt der Zufall. Wenn die Leidenschaften, welche sich bei dieser Begebenheit geschäftig erzeigten, des Werks nur nicht unwürdig waren, dem sie unbewusst dienten, wenn die Kräfte, die sie ausführen halfen, und die einzelnen Handlungen, aus deren Verkettung sie wunderbar erwuchs, nur an sich edle Kräfte, schöne und große Handlungen waren, so ist die Begebenheit groß, interessant und fruchtbar für uns, und es steht uns frei, über die kühne Geburt des Zufalls zu erstaunen oder einem höheren Verstand unsere Bewunderung zuzutragen. Die Geschichte der Welt ist sich selbst gleich wie die Gesetze der Natur und einfach wie die Seele des Menschen. Dieselben Bedingungen bringen dieselben Erscheinungen zurück. Auf eben diesem Boden, wo jetzt die Niederländer ihrem spanischen Tyrannen die Spitze Bieten haben vor fünfzehnhundert Jahren ihre Stammväter, die Batavia und Belgen mit ihrem römischen gerungen. Ebenso wie jene einem hochmütigen Beherrscher unwillig untertan, ebenso von habsüchtigen Satrapen misshandelt, werfen sie mit ähnlichem Trotz ihre Ketten ab und versuchen das Glück in ebenso ungleichem Kampfe. Derselbe Erobererstolz, derselbe Schwung der Nation in dem Spanier des sechzehnten Jahrhunderts und in dem Römer des Ersten, dieselbe Tapferkeit und Mannszucht in beider Heeren, dasselbe Schrecken vor ihrem Schlachtenzug, dort wie hier sehen wir List gegen Übermacht Streiten und Standhaftigkeit unterstützt durch Eintracht eine ungeheure Macht ermüden, die sich durch Teilung entkräftet hat. Dort wie hier waffnet Privatas die Nation. Ein einziger Mensch für seine Zeit geboren, deckt ihr das gefährliche Geheimnis ihrer Kräfte auf und bringt ihren stummen Gram zu einer blutigen Erklärung. Gestehet Batavia redet Claudius Civilis seine Mitbürger in dem heiligen Heine an, wird uns von diesen Römern noch wie sonst als Bundesgenossen und Freunden oder nicht vielmehr als dienstbaren Knechten begegnet. Ihren Beamten und Stadthaltern sind wir ausgeliefert, die, wenn unser Raub, unser Blut sie gesättigt hat, von anderen abgelöst werden, welche dieselbe Gewalttätigkeit nur unter anderen Namen erneuern. Geschieht es ja endlich einmal, dass uns Rom einen Oberaufseher sendet, so drückt er uns mit einem prahlerischen, teuren Gefolge und noch unerträglicherem Stolz. Die Werbungen sind wieder nahe, welche Kinder von Eltern, Brüder von Brüdern auf ewig reißen und eure kraftvolle Jugend der römischen Unzucht überliefern. Jetzt, Batavia, ist der Augenblick unser, nie lag Rom da nieder wie jetzt, lasset euch diese Namen von Legionen nicht in Schrecken jagen, ihre Läger enthalten nichts als alte Männer und Beute. Wir haben Fußvolk und Reuterei, Germanien ist unser und Gallien lüstern, sein Joch abzuwerfen. Mag ihnen Syrien dienen und Asien und der Aufgang der Könige braucht. Es sind noch unter uns, die geboren wurden, ehe man den Römern Schatzung erlegte. Die Götter halten es mit dem Tapfersten. Feierliche Sakramente weihen diese Verschwörung wie den Geusenbund. Wie dieser hüllt sie sich hinterlistig in den Schleier der Unterwürfigkeit, in die Majestät eines großen Namens. Die Kohorten des Zivilis schwören am Rheine dem Vespasian in Syrien wie der Kompromiss Philipp dem Zweiten. Derselbe Kampfplatz erzeugt denselben Plan der Verteidigung, dieselbe Zuflucht der Verzweiflung. Beide vertrauen ihr wankendes Glück einem befreundeten Element. In ähnlichem Bedrängnis rettet Zivilis seine Insel, wie fünfzehn Jahrhunderte nach ihm Wilhelm von Oranien die Stadt Leiden durch eine künstliche Wasserflut. Die batavische Tapferkeit deckt die Ohnmacht der Weltbeherrscher auf, wie der schöne Mut ihrer Enkel den Verfall der spanischen Macht dem ganzen Europa zur Schau stellt. Dieselbe Fruchtbarkeit des Geistes in den Heerführern beider Zeiten lässt den Krieg ebenso hartnäckig gedauern und beinahe ebenso zweifelhaft enden. Aber einen Unterschied bemerken wir doch. Die Römer und Batavier kriegen menschlich, denn sie kriegen nicht für die Religion. Erstes Buch Frühere Geschichte der Niederlande bis zum Sechzehnten Jahrhundert von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Von Friedrich von Schiller Erstes Buch Frühere Geschichte der Niederlande bis zum Sechzehnten Jahrhundert Ehe wir in das Innere dieser großen Revolution hineingehen, müssen wir einige Schritte in die alte Geschichte des Landes zurücktun und die Verfassung entstehen sehen, worin wir es zur Zeit dieser merkwürdigen Veränderung finden. Der erste Eintritt dieses Volkes in die Weltgeschichte ist das Moment seines Untergangs. Von seinen Überwindern empfing es ein politisches Leben. Die weitläuftige Landschaft, welche von Deutschland gegen Morgen, gegen Mittag von Frankreich, gegen Mitternacht und Abend von der Nordsee begrenzt wird und die wir unter dem allgemeinen Namen der Niederlande begreifen, war bei dem Einbruch der Römer in Gallien Unter drei Hauptvölkerschaften verteilt, alle ursprünglich deutscher Abkunft, deutscher Sitte und deutschen Geistes. Der Rhein machte ihre Grenze. Zur linken des Flusses wohnten die Belgen, zu seiner rechten die Friesen und die Batavia auf der Insel, die seine beiden Arme damals mit dem Ozean bildeten. Jede dieser einzelnen Nationen wurde früher oder später den Römern unterworfen, aber ihre Überwinder selbst legen uns die rühmlichsten Zeugnisse von ihrer Tapferkeit ab. Die Belgen, schreibt Cäsar, waren die einzigen unter den Gallischen Völkern, welche die einbrechenden Teutonen und Kimbrer von ihren Grenzen abhielten. Alle Völker um den Rhein, sagt uns Tacitus, wurden an Heldenmut von den Bataviern übertroffen. Dieses wilde Volk erlegte seinen Tribut in Soldaten und wurde von seinen Überwindern gleich Pfeil und Schwert nur für Schlachten gespart. Die Batavische Reuterei erklärten die Römer selbst für den besten Teil ihrer Heere. Lange Zeit machte sie, wie heutzutage die Schweizer, die Leibwache der römischen Kaiser aus. Ihr wilder Mut erschreckte die Dacier, da sie in voller Rüstung über die Donau schwamm. Die nämlichen Batavia hatten den Agricola auf seinem Zug nach Britannien begleitet und ihm diese Insel erobern helfen. Unter allen wurden die Friesen zuletzt überwunden und setzten sich zuerst wieder in Freiheit. Die Moreste, zwischen welchen sie wohnten, reizten die Eroberer später und kosteten ihnen mehr. Der Römer Drusus, der in diesen Gegenden kriegte, führte einen Kanal vom Rhein in den Flevo, die jetzige Südersee, durch welchen die römische Flotte in die Nordsee drang und aus dieser durch die Mündungen der Ems und Weser einen leichtern Weg in das innere Deutschland fand. Vier Jahrhunderte lang finden wir Batavia in den römischen Heeren, aber nach den Zeiten des Honorius verschwindet ihr Name aus der Geschichte. Ihre Insel sehen wir von den Franken überschwemmt, die sich dann wieder in das benachbarte Belgien verlieren. Die Friesen haben das Joch ihrer Entlegenen und Ohnmächtigen Beherrscher zerbrochen und erscheinen wieder als ein freies und sogar eroberndes Volk, das sich durch eigene Gebräuche und den Überrest der römischen Gesetze regiert und seine Grenzen bis über die linken Ufer des Rheins erweitert. Friesland überhaupt hat unter allen Provinzen der Niederlande am wenigsten von dem Einbruche fremder Völker von fremden Gebräuchen und Gesetzen gelitten. Und durch eine lange Reihe von Jahrhunderten Spuren seiner Verfassung, seines Nationalgeists und seiner Sitten behalten, die selbst heutzutage nicht ganz verschwunden sind. Die Epoche der Völkerwanderung zernichtet die ursprüngliche Form dieser mehrsten Nationen. Andere Mischungen entstehen mit anderen Verfassungen. Die Städte und Lagerplätze der Römer verschwinden in der allgemeinen Verwüstung und mit diesen so viele Denkmäler ihrer großen Regentenkunst durch den Fleiß fremder Hände vollendet. Die verlassenen Dämme ergeben sich der Wut ihrer Ströme und dem eindringenden Ozean wieder. Die Wunder der Menschenhand, die künstlichen Kanäle vertrocknen. Die Flüsse ändern ihren Lauf, das feste Land und die See verwirren ihre Grenzen. Und die Natur des Bodens verwandelt sich mit seinen Bewohnern. Der Zusammenhang beider Zeiten scheint aufgehoben. Und mit einem neuen Menschengeschlecht beginnt eine neue Geschichte. Die Monarchie der Franken, die auf den Trümmern des römischen Galliens entstand, hatte im 6. und 7. Jahrhundert alle niederländische Provinzen verschlungen und den christlichen Glauben in diese Länder gepflanzt. Friesland, das letzte unter allen, unterwarf Karl Martell nach einem hartnäckigen Kriege der fränkischen Krone und bahnte mit seinen Waffen dem Evangelium den Weg. Karl der Große vereinigte alle diese Länder, die nun einen Teil der weitläufigsten Monarchie ausmachten, welche dieser Eroberer aus Deutschland, Frankreich und der Lombardei erschuf. Wie dieses große Reich unter seinen Nachkommen durch Teilungen wieder zerrissen ward, so zerfielen auch die Niederlande, bald in deutsche, bald in fränkische, bald in lotharingische Provinzen. Und zuletzt finden wir sie unter den beiden Namen von Friesland und Niederlotharingen. Mit den Franken kam auch die Geburt des Nordens, die Lehnsverfassung, in diese Länder, und auch hier artete sie wie in allen übrigen aus. Die Mächtigern, Vasallen, trennten sich nach und nach von der Krone, und die königlichen Beamten rissen die Landschaften, denen sie vorstehen sollten, als ein erbliches Eigentum an sich. Aber diese abtrünnigen Vasallen konnten sich nur mit Hilfe ihrer Untersassen gegen die Krone behaupten, und der Beistand, den diese leisteten, musste durch neue Belehnungen wieder erkauft werden. Durch fromme Usurpationen und Schenkungen wurde die Geistlichkeit mächtig, und errang sich bald ein eigenes, unabhängiges Dasein in ihren Abteien und bischöflichen Sitzen. So waren die Niederlande im 10., 11., 12. und 13. Jahrhundert in mehrere kleine Souveränitäten zersplittert, deren Besitzer bald dem deutschen Kaisertum, bald den fränkischen Königen huldigten. Durch Kauf, Heiraten, Vermächtnisse oder auch durch Eroberungen wurden oft mehrere derselben unter einem Hauptstamm wieder vereinigt, und im 15. Jahrhundert sehen wir das burgundische Haus im Besitz des größten Teils von den Niederlanden. Philipp der Gütige, Herzog von Burgund, hatte mit mehr oder weniger Rechte schon elf Provinzen unter seiner Herrschaft versammelt, die Karl der Kühne, sein Sohn, durch die Gewalt der Waffen noch mit zwei neuen vermehrte. So entstand unvermerkt ein neuer Staat in Europa, dem nichts als der Name fehlte, um das blühendste Königreich dieses Weltteils zu sein. Diese weitläufigen Besitzungen machten die Burgundischen Herzoge zu furchtbaren Grenznachbarn Frankreichs, und versuchten Karls des Kühnen, unruhigen Geist, den Plan einer Eroberung zu entwerfen, der die ganze geschlossene Landschaft von der Südersee und der Mündung des Rheins bis hinauf ins Elsaß begreifen sollte. Die unerschöpflichen Hilfsquellen dieses Fürsten rechtfertigten einigermaßen diese kühne Chimäre. Eine furchtbare Heeresmacht droht sie in Erfüllung zu bringen. Schon zitterte die Schweiz für ihre Freiheit, aber das treulose Glück verließ ihn in drei schrecklichen Schlachten, und der schwindelnde Eroberer ging unter den Lebenden und Toten verloren. Die einzige Erbin Karls des Kühnen, Maria, die reichste Fürstentochter jener Zeit, und die unselige Helena, die das Elend über diese Länder brachte, beschäftigte jetzt die Erwartung der ganzen damaligen Welt. Zwei große Prinzen, König Ludwig der Eifte von Frankreich für den jungen Dauphin, seinen Sohn, und Maximilian von Österreich, Kaiser Friedrichs des dritten Sohn, erschienen unter ihren Freiern. Derjenige, dem sie ihre Hand schenken würde, sollte der mächtigste Fürst in Europa werden. Und hier zum ersten Mal fing dieser Weltteil an, für sein Gleichgewicht zu fürchten. Ludwig, der mächtigere von beiden, konnte sein Gesuch durch die Gewalt der Waffen unterstützen, aber das niederländische Volk, das die Hand seiner Fürstin vergab, ging diesen gefürchteten Nachbar vorüber und entschied für Maximilian, dessen entlegenere Staaten und beschränktere Gewalt die Landesfreiheit weniger bedrohten. Eine treulose, unglückliche Politik, die durch eine sonderbare Fügung des Himmels das traurige Schicksal nur beschleunigte, welches zu verhindern sie ersonnen ward. Philipp dem Schönen, der Maria und Maximilians Sohn, brachte seine spanische Braut, diese weitläuftige Monarchie, welche Ferdinand und Isabella kürzlich gegründet hatten. Und Karl von Österreich, sein Sohn, war geborener Herr der Königreiche Spanien, beider Sizilien, der Neuen Welt und der Niederlande. Das gemeine Volk stieg hier früher als in den übrigen Lehenreichen aus einer traurigen Leibeigenschaft empor und gewann bald ein eigenes bürgerliches Dasein. Die günstige Lage des Landes an der Nordsee und großen schiffbaren Flüssen, weckte hier frühzeitig den Handel, der die Menschen in Städte zusammenzog, den Kunstfleiß ermunterte, Fremdlinge anlockte und Wohlstand und Überfluß unter ihnen verbreitete. So verächtlich auch die kriegerische Politik jener Zeiten auf jede nützliche Hantierung heruntersah, so konnten dennoch die Landesherren die wesentlichen Vorteile nicht ganz verkennen, die ihnen daraus zuflossen. Die anwachsende Bevölkerung ihrer Länder, die mancherlei Abgaben, die sie unter den verschiedenen Titeln von Zoll, Maut, Weggeld, Geleite, Brückengeld, Marktschoß, Heimfallsrecht und sofort von Einheimischen und Fremden erpreßten, waren zu große Lockungen für sie, als dass sie gegen die Ursachen hätten gleichgültig bleiben sollen, denen sie dieselben verdankten. Ihre eigene Habsucht machte sie zu Beförderern des Handels, und die Barbarei selbst, wie es oft geschieht, half so lange aus, bis endlich eine gesunde Staatskunst an ihre Stelle trat. In der Folge lockten sie selbst die lombardischen Kaufleute an, bewilligten den Städten einige kostbare Privilegien und eigene Gerichtsbarkeit, wodurch diese ungemein viel an Ansehen und Einfluss gewannen. Die vielen Kriege, welche die Grafen und Herzoge untereinander selbst und mit ihren Nachbarn führten, machten sie von dem guten Willen der Städte abhängig, die sich durch ihren Reichtum Gewicht verschafften, und für die Subsidien, welche sie leisteten, wichtige Vorrechte zu erringen wussten. Mit der Zeit wuchsen diese Privilegien der Gemeinheiten an, wie die Kreuzzüge dem Adel eine kostbarere Ausrüstung notwendig machten, wie den Produkten des Morgenlands ein neuer Weg nach Europa geöffnet ward, und der einreißende Luxus neue Bedürfnisse für ihre Fürsten erschuf. So finden wir schon im 11. und 12. Jahrhundert eine gemischte Regierungsverfassung in diesen Ländern, wo die Macht des Souveräns durch den Einfluss der Stände, des Adels nämlich, der Geistlichkeit und der Städte merklich beschränkt ist. Diese, welche man Staaten nannte, kamen so oft zusammen, als das Bedürfnis der Provinz es erheischte. Ohne ihre Bewilligung galten keine neuen Gesetze, durften keine Kriege geführt, keine Steuern gehoben, keine Veränderung in der Münze gemacht, und kein Fremder zu irgendeinem Teile der Staatsverwaltung zugelassen werden. Diese Privilegien hatten alle Provinzen miteinander gemein, andere waren nach den verschiedenen Landschaften verschieden. Die Regierung war erblich, aber der Sohn trat nicht eher als nach feierlich beschworner Konstitution in die Rechte des Vaters. Der erste Gesetzgeber ist die Not. Alle Bedürfnisse, denen in dieser Konstitution begegnet wird, sind ursprünglich Bedürfnisse des Handels gewesen. So ist die ganze Verfassung der Republik auf Kaufmannschaft gegründet, und ihre Gesetze sind später als ihr Gewerbe. Der letzte Artikel in dieser Konstitution, welche Ausländer von aller Bedienung ausschließt, ist eine natürliche Folge aller Vorhergegangenen. Ein so verwickeltes und künstliches Verhältnis des Souveräns zu dem Volke, das sich in jeder Provinz und oftmals in einer einzelnen Stadt noch besonders abänderte, erforderte Männer, die mit dem lebhaftesten Eifer für die Erhaltung der Landesfreiheiten auch die gründlichste Kenntnis derselben verbanden. Beides konnte bei einem Fremdling nicht wohl vorausgesetzt werden. Dieses Gesetz galt übrigens von jeder Provinz insbesondere, sodass in Brabant kein Fläminger, kein Holländer in Seeland angestellt werden durfte, und es erhielt sich auch noch in der Folge, nachdem schon alle diese Provinzen unter einem Oberhaupte vereinigt waren. Vor allen übrigen genoß Brabant die üppigste Freiheit. Seine Privilegien wurden für so kostbar geachtet, dass viele Mütter aus den angrenzenden Provinzen gegen die Zeit ihrer Entbindung dahin zogen, um da zu gebären und ihre Kinder aller Vorrechte dieses glücklichen Landes teilhaftig zu machen. Ebenso sagt Strada, wie man Gewächse eines raueren Himmels in einem mildern Erdreich veredelt. Nachdem das burgundische Haus mehrere Provinzen unter seiner Herrschaft vereinigt hatte, wurden die einzelnen Provinzialversammlungen, welche bisher unabhängige Tribunale gewesen, an einen allgemeinen Gerichtshof zu mecheln gewiesen, der die verschiedenen Glieder in einen einzigen Körper verband und alle bürgerliche und peinliche Händel als die letzte Instanz entschied. Die Souveränität der einzelnen Provinzen war aufgehoben und im Senat zu mecheln, wohnte jetzt die Majestät. Nach dem Tode Karls des Kühnen versäumten die Stände nicht, die Verlegenheit, ihre Herzogin zu benutzen, die von den Waffen Frankreichs bedroht und in ihrer Gewalt war. Die Staaten von Holland und Seeland zwangen sie, einen großen Freiheitsbrief zu unterzeichnen, der ihnen die wichtigsten Souveränitätsrechte versicherte. Der Übermut der Genter verging sich so weit, dass sie die Günstlinge der Maria, die das Unglück gehabt hatten, ihnen zu missfallen, eigenmächtig vor ihren Richterstuhlrissen und vor den Augen dieser Fürstin enthaupteten. Während des kurzen Regiments der Herzogin Maria bis zu ihrer Vermählung gewann die Gemeinheit eine Kraft, die sie einem Freistaat sehr nahe brachte. Nach dem Absterben seiner Gemahlin übernahm Maximilian aus eigener Macht als Vormund seines Sohnes die Regierung. Die Staaten, durch diesen Eingriff in ihre Rechte beleidigt, erkannten seine Gewalt nicht und konnten auch nicht weiter gebracht werden, als ihn auf eine bestimmte Zeit und unter beschworenen Bedingungen als Stadthalter zu dulden. Maximilian glaubte, die Konstitution übertreten zu dürfen, nachdem er römischer König geworden war. Er legte den Provinzen außerordentliche Steuern auf, vergab Bedienungen an Burgunder und Deutsche und führte fremde Truppen in die Provinzen. Aber mit der Macht ihres Regenten war auch die Eifersucht dieser Republikaner gestiegen. Das Volk griff zu den Waffen, als er mit einem starken Gefolge von Ausländern in Brügge seinen Einzug hielt, bemächtigte sich seiner Person und setzte ihn auf dem Schlosse gefangen. Ungeachtet der mächtigen Fürsprache des kaiserlichen und römischen Hofes erhielt er seine Freiheit nicht wieder, bis der Nation über die bestrittenen Punkte Sicherheit gegeben war. Die Sicherheit des Lebens und Eigentums, die aus mildern Gesetzen und einer gleichen Handhabung der Justiz entsprang, hatte die Betriebsamkeit und den Fleiß in diesen Ländern ermuntert. In stetem Kampf mit dem Ozean und den Mündungen reißender Flüsse, die gegen das niedrigere Land wüteten und deren Gewalt durch Dämme und Kanäle musste gebrochen werden, hatte dieses Volk frühzeitig gelernt, auf die Natur um sich herum zu merken, einem überlegenen Elemente durch Fleiß und Standhaftigkeit zu trotzen und wie der Ägypter, den sein Nil unterrichtete, in einer kunstreichen Gegenwehr seinen Erfindungsgeist und Schafsinn zu üben. Die natürliche Fruchtbarkeit seines Bodens, die den Ackerbau und die Viehzucht begünstigte, vermehrte zugleich die Bevölkerung. Seine glückliche Lage an der See und den großen schiffbaren Flüssen Deutschlands und Frankreichs, die zum Teil hier ins Meer fallen. So viele künstliche Kanäle, die das Land nach allen Richtungen durchschneiden, belebten die Schifffahrt und der innere Verkehr der Provinzen, der dadurch so leicht gemacht wurde, weckte bald einen Geist des Handels in diesen Völkern auf. Die benachbarten britannischen und dänischen Küsten waren die ersten, die von ihren Schiffen besucht wurden. Die englische Wolle, die diese zurückbrachten, beschäftigte tausend fleißige Hände in Brügge, Gent und Antwerpen und schon in der Mitte des 12. Jahrhunderts wurden flandrische Tücher in Frankreich und Deutschland getragen. Schon im 11. Jahrhundert finden wir friesische Schiffe im Belt und sogar in der levantischen See. Dieses mutige Volk unterstand sich sogar ohne Kompass unter dem Nordpol hindurch bis zu der nordlichen Spitze Rußlands zu steuern. Von den wendischen Städten empfingen die Niederlande einen Teil des levantischen Handels, der damals noch aus dem Schwarzen Meere durch das Russische Reich nach der Ostsee ging. Als dieser im 13. Jahrhundert zu sinken anfing, als die Kreuzzüge den indischen Waren einen neuen Weg durch die mittelländische See eröffneten, die italischen Städte diesen fruchtbaren Handelszweig an sich rissen und in Deutschland die große Hansa zusammentrat, wurden die Niederlande der wichtige Stapelort zwischen Norden und Süden. Noch war der Gebrauch des Kompasses nicht allgemein und man segelte noch langsam und umständlich längs den Küsten. Die baltischen Seehäfen waren in den Wintermonaten mehrenteils zugefroren und jedem Fahrzeuge unzugänglich. Schiffe also, die den weiten Weg von der mittelländischen See in den Welt in einer Jahreszeit nicht wohl beschließen konnten, wählten gerne einen Vereinigungsplatz, der beiden Teilen in der Mitte gelegen war. Hinter sich ein unermeßliches festes Land, mit dem sie durch schiffbare Ströme zusammenhingen, gegen Abend und Mitternacht dem Ozean durch wirthbare Häfen geöffnet, schienen sie ausdrücklich zu einem Sammelplatz der Völker und zum Mittelpunkt des Handels geschaffen. In den vornehmsten niederländischen Städten wurden Stapel errichtet. Portugiesen, Spanier, Italiener, Franzosen, Briten, Deutsche, Dänen und Schweden flossen hier zusammen mit Produkten aus allen Gegenden der Welt. Die Konkurrenz der Verkäufer setzte den Preis der Waren herunter. Die Industrie wurde belebt, weil der Markt vor der Türe war. Mit dem notwendigen Geldumtausche kam der Wechselhandel auf, der eine neue fruchtbare Quelle des Reichtums eröffnete. Die Landesfürsten, welche mit ihrem wahren Vorteile endlich bekannter wurden, munterten den Kaufmann mit den wichtigsten Freiheiten auf und wußten, ihren Handel durch vorteilhafte Verträge mit auswärtigen Mächten zu schützen. Als sich im 15. Jahrhundert mehrere einzelne Provinzen unter einem Beherrscher vereinigten, hörten auch ihre schädlichen Privatkriege auf und ihre getrennten Vorteile wurden jetzt durch eine gemeinschaftliche Regierung genauer verbunden. Ihr Handel und Wohlstand gedeihte im Schoß eines langen Friedens, den die überlegene Macht ihrer Fürsten den benachbarten Königen auferlegte. Die burgundische Flagge war gefürchtet in allen Meeren. Das Ansehen ihres Souveräns gab ihren Unternehmungen Nachdruck und machte die Versuche eines Privatmanns zur Angelegenheit eines furchtbaren Staats. Ein so mächtiger Schutz setzte sie bald dem Hansebund selbst zu entsagen und diesen trotzigen Feind durch alle Meere zu verfolgen. Die hansischen Kauffahrer, denen die spanische Küste verschlossen wurde, mussten zuletzt wieder willen die flandrischen Messen besuchen, und die spanischen Waren auf niederländischem Stapel empfangen. Brügge in Flandern war im 14. und 15. Jahrhundert der Mittelpunkt des ganzen europäischen Handels und die große Messe aller Nationen. Im Jahre 1468 wurden 150 Kauffahrteischiffe gezählt, welche auf einmal in den Hafen von Slyss einliefen. Außer der reichen Niederlage des Hansebundes waren hier noch 15 Handelsgesellschaften mit ihren Komptors, viele Faktoreien und Kaufmannsfamilien aus allen europäischen Ländern. Hier war der Stapel aller nordischen Produkte für den Süden und aller südlichen und levantischen für den Norden errichtet. Diese gingen mit hansischen Schiffen durch den Sund und auf dem Rheine nach Oberdeutschland oder wurden auf der Achse seitwärts nach Braunschweig und Lüneburg verfahren. Es ist der ganz natürliche Gang der Menschheit, dass eine zügellose Üppigkeit diesem Wohlstand folgte. Das verführerische Beispiel Philips des Gütigen konnte diese Epoche nur beschleunigen. Der Hof der burgundischen Herzoge war der wollüstigste und prächtigste in Europa, selbst wenn man Italien nicht ausnimmt. Die kostbare Kleidertracht der Großen, die der Spanischen nachher zum Muster diente und mit den burgundischen Gebräuchen an den österreichischen Hof zuletzt überging, stieg bald zu dem Volk herunter, und der geringste Bürger pflegte seines Leibes in Samt und Seide. Dem Überfluß sagt uns Comines, ein Schriftsteller, der um die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts die Niederlande durchreiste, war der Hochmut gefolgt. Die Pracht und Eitelkeit der Kleidung wurde von beiden Geschlechtern zu einem Ungeheuern Aufwand getrieben. Auf einen so hohen Grad der Verschwendung wie hier war der Luxus der Tafel bei keinem andern Volke noch gestiegen. Die unsittliche Gemeinschaft beider Geschlechter in Bädern und ähnlichen Zusammenkünften, die die Wollust erhitzen, hatte alle Schamhaftigkeit verbannt. Und hier ist nicht von der gewöhnlichen Üppigkeit der Großen die Rede. Der gemeinste weibliche Pöbel überließ sich diesen Ausschweifungen ohne Grenze und Maß. Aber wie viel erfreuender ist selbst dieses Übermaß dem Freunde der Menschheit als die traurige Genügsamkeit des Mangels und der Dummheit barbarische Tugend, die beinahe das ganze damalige Europa danieder drücken. Der burgundische Zeitraum schimmert wohltätig hervor aus jenen finstern Jahrhunderten wie ein lieblicher Frühlingstag aus den Schauern des Hornungs. Aber eben dieser blühende Wohlstand führte endlich diese flandrischen Städte zu ihrem Verfall. Gent und Brügge von Freiheit und Überfluss schwindelnd kündigen dem Beherrscher von Eif Provinzen Philipp dem Guten den Krieg an, der ebenso unglücklich für sie endigt als Vermessen er unternommen ward. Gendalein verlor in dem Treffen bei Gaure viele tausend Mann und musste den Zorn des Siegers mit einer Geldbuße von viermal hunderttausend Goldgulden versöhnen. Alle obrigkeitlichen Personen und die vornehmsten Bürger dieser Stadt zweitausend an der Zahl mussten im bloßen Hemd barfuß und mit unbedecktem Haupt dem Herzog eine französische Meile weit entgegen gehen und ihn knieend um Gnade bitten. Bei dieser Gelegenheit wurden ihnen einige kostbare Privilegien entrissen. Ein unersetzlicher Verlust für ihren ganzen künftigen Handel. Im Jahr 1482 kriegten sie nicht viel glücklicher mit Maximilian von Österreich, ihm die Vormundschaft über seinen Sohn zu entreißen, deren er sich widerrechtlich angemaßt hatte. Die Stadt Brügge setzte 1487 den Erzherzog selbst gefangen und ließ einige seiner vornehmsten Minister hinrichten. Kaiser Friedrich III rückte mit einem Kriegsheer in ihr Gebiet, seinen Sohn zu rächen und hielt den Hafen von Slyse zehn Jahre lang gesperrt, wodurch ihr ganzer Handel gehemmt wurde. Hierbei leisteten ihm Amsterdam und Antwerpen den wichtigsten Beistand, deren Eifersucht durch den Flor der flandrischen Städte schon längst gereizt worden war. Die Italiener fingen an, ihre eigenen Seidenzeuge nach Antwerpen zum Verkauf zu bringen, und die flandrischen Tuchweber, die sich in England niedergelassen hatten, schickten gleichfalls ihre Waren dahin, wodurch die Stadt Brügge um Zween wichtige Handelszweige kam. Ihr hochfahrender Stolz hatte längst schon den Hansebund beleidigt, der sie jetzt auch verließ und sein Warenlager nach Antwerpen verlegte. Im Jahr 1516 wanderten alle fremden Kaufleute aus, dass nur einige wenige Spanier blieben, aber ihr Wohlstand verblühte langsam, wie er aufgeblüht war. Antwerpen empfing im 16. Jahrhundert den Handel, den die Üppigkeit der flandrischen Städte verjagte, und unter Karls des Fünften Regierung war Antwerpen die lebendigste und herrlichste Stadt in der christlichen Welt. Ein Strom wie die Schelde, deren nahe, breite Mündung die Ebbe und Flut mit der Nordsee gemein hat und geschickt ist, die schwersten Schiffe bis unter seine Mauern zu tragen, machte es zum natürlichen Sammelplatz aller Schiffe, die diese Küste besuchten. Seine Freimessen zogen aus allen Ländern Negotianten herbei. Die Industrie der Nation war im Anfang dieses Jahrhunderts zu ihrer höchsten Blüte gestiegen. Der Acker und Linnenbau, die Viehzucht, die Jagd und die Fischerei bereicherten den Landmann, Künste, Manufakturen und Handlung den Städter. Nicht lange, so sah man Produkte des flandrischen und brabantischen Fleißes in Arabien, Persien, und Indien. Ihre Schiffe bedeckten den Ozean und wir sehen sie im Schwarzen Meer mit den Genuesern um die Schutzherrlichkeit streiten. Den niederländischen Seemann unterschied das Eigentümliche, dass er zu jeder Zeit des Jahres unter Segel ging und nie überwinterte. Nachdem der neue Weg um das afrikanische Vorgebirge gefunden war und der portugiesische Ostindienhandel den levantischen untergrub, empfanden die Niederlande die Wunde nicht, die den italienischen Republiken geschlagen wurde. Die Portugiesen richteten in Brabant ihren Stapel auf, und die Spezereien von Kalikut prangten jetzt auf dem Markte zu Antwerpen. Hierher flossen die westindischen Waren, womit die stolze spanische Trägheit den niederländischen Kunstfleiß bezahlte. Der ostindische Stapel zog die berühmtesten Handelshäuser von Florenz, Lucca und Genua und aus Augsburg die Fugger und Wälfer hieher. Hieher brachte die Hansa jetzt ihre nordischen Waren und die englische Kompanie hatte hier ihre Niederlage. Kunst und Natur schienen hier ihren ganzen Reichtum zur Schau zu legen. Es war eine prächtige Ausstellung der Werke des Schöpfers und der Menschen. Ihr Ruf verbreitete sich bald durch die ganze Welt. Zu Ende dieses Jahrhunderts suchte eine Sozietät türkischer Kaufleute um Erlaubnis an, sich hier niederzulassen und die Produkte des Orients über Griechenland hieher zu liefern. Mit dem Warenhandel stieg auch der Geldhandel. Ihre Wechselbriefe galten an allen Enden der Erde. Antwerpen, behauptet man, machte damals innerhalb eines Monats mehr und größere Geschäfte als in zwei ganzen Jahren Venedig während seiner glänzendsten Zeiten. Im Jahr 1491 hielt der ganze Hansebund in dieser Stadt seine feierliche Versammlung, die sonst nur in Lübeck gewesen war. Im Jahr 1531 wurde die Börse gebaut, die prächtigste im ganzen damaligen Europa und die ihre stolze Aufschrift erfüllte. Die Stadt zählte jetzt einmal hunderttausend Bewohner. Das flutende Leben, die Welt, die sich unendlich hier drängte, übersteigt allen Glauben. Zwei dritthalb hundert Maste erschienen öfters auf einmal in seinem Hafen. Kein Tag verfloß, wo nicht fünfhundert und mehrere Schiffe kamen und gingen. An den Markttagen lief diese Anzahl zu acht und neunhundert an. Täglich fuhren zweihundert und mehrere Kutschen durch seine Tore. Über zweitausend Frachtwagen sah man in jeder Woche aus Deutschland, Frankreich und Lothringen anlangen. Die Bauernkarren und Getreide fuhren ungerechnet, deren Anzahl gewöhnlich auf zehntausend stieg. Dreißigtausend Hände waren in dieser Stadt allein von der englischen Gesellschaft der wagenden Kaufleute beschäftigt. An Marktabgaben Zoll und Akzise gewann die Regierung jährlich Millionen. Von den Hilfsquellen der Nation können wir uns eine Vorstellung machen, wenn wir hören, dass die außerordentlichen Steuern, die sie Karl dem Fünften zu seinen vielen Kriegen entrichten musste, auf 40 Millionen Goldes gerechnet wurden. Diesen blühenden Wohlstand hatten die Niederländer ebenso sehr ihrer Freiheit als der natürlichen Lage ihres Landes zu danken. Schwankende Gesetze und die despotische Willkür eines räuberischen Fürsten würden alle Vorteile zernichtet haben, die eine günstige Natur in so reichlicher Fülle über sie ausgegossen hatte. Nur die unverletzbare Heiligkeit der Gesetze kann dem Bürger die Früchte seines Fleißes versichern und ihm jene glückliche Zuversicht einflössen, welche die Seele jeder Tätigkeit ist. Das Genie dieser Nation durch den Geist des Handels und den Verkehr mit so vielen Völkern entwickelt, glänzte in nützlichen Erfindungen. Im Schoße des Überflusses und der Freiheit reiften alle edleren Künste. Aus dem erleuchteten Italien, dem Kosmos von Medici, jüngst sein goldenes Alter wiedergegeben, verpflanzten die Niederländer die Malerei, die Baukunst, die Schnitz- und Kupferstecherkunst in ihr Vaterland, die hier auf einem neuen Boden eine neue Blüte gewannen. Die niederländische Schule, eine Tochter der Italienischen, Wuhlte bald mit ihrer Mutter um den Preis und gab gemeinschaftlich mit dieser der schönen Kunst in ganz Europa Gesetze. Die Manufakturen und Künste, worauf die Niederländer ihren Wohlstand hauptsächlich gegründet haben und zum Teil noch Gründen, bedürfen keiner Erwähnung mehr. Die Tapeten Wirkerei, die Ölmalerei, die Kunst, auf Glas zu malen, die Taschen und Sonnenuhren selbst, wie Gicciardini behauptet, sind ursprünglich niederländische Erfindungen. Ihnen dankt man, die Verbesserung des Kompasses, dessen Punkte man noch jetzt unter niederländischen Namen kennt. Im Jahre 1482 wurde die Buchdruckerkunst in Halem erfunden, und das Schicksal wollte, dass diese nützliche Kunst ein Jahrhundert nachher ihr Vaterland mit der Freiheit belohnen sollte. Mit dem fruchtbarsten Genie zu neuen Erfindungen verbanden sie, ein glückliches Talent, fremde und schon vorhandene zu verbessern. Wenige mechanische Künste und Manufakturen werden sein, die nicht entweder auf diesem Boden erzeugt oder doch zu größerer Vollkommenheit gediehen sind. Ende von Erstes Buch Frühere Geschichte der Niederlande bis zum 16. Jahrhundert Erstes Buch Die Niederlande unter Karl V. von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung von Friedrich von Schiller Erstes Buch Die Niederlande unter Karl dem Fünften Bis hierher waren die Provinzen der beneidenswürdigste Staat in Europa. Keiner der burgundischen Herzoge hatte sich einkommen lassen, die Konstitution umzustoßen. Selbst Karls des Kühnen, verwegenem Geist, der einem auswärtigen Freistaat die Knechtschaft bereitete, war sie heilig geblieben. Alle diese Fürsten wuchsen in keiner höheren Erwartung auf, als über eine Republik zu gebieten, und keines ihrer Länder konnte ihnen eine andere Erfahrung geben. Außerdem besaßen diese Fürsten nichts, als was die Niederlande ihnen gaben. Keine Heere, als welche die Nation für sie ins Feld stellte, keine Reichtümer, als welche die Stände ihnen bewilligten. Jetzt veränderte sich alles. Jetzt waren sie einem Herrn zugefallen, dem andere Werkzeuge und andere Hilfsquellen zu Gebote standen, der eine fremde Macht gegen sie bewaffnen konnte. Karl der Fünfte schaltete willkürlich in seinen spanischen Staaten. In den Niederlanden war er nichts als der erste Bürger. Die vollkommenste Unterwerfung im Süden seines Reichs musste ihm gegen die Rechte der Individuen Geringschätzung geben. Hier erinnerte man ihn, sie zu ehren. Je mehr er dort das Vergnügen der unumschränkten Gewalt kostete und je größer die Meinung war, die ihm von seinem Selbst aufgedrungen wurde, desto ungerner musste er hier zu der bescheidenen Menschheit heruntersteigen, desto mehr musste er gereizt werden, dieses Hindernis zu besiegen. Schon eine große Tugend wird verlangt, die Macht, die sich unseren liebsten Wünschen widersetzt, nicht als eine feindliche zu bekriegen. Das Übergewicht Karls weckte zu gleicher Zeit das Misstrauen bei den Niederländern auf, das stets die Ohnmacht begleitet. Nie waren sie für ihre Verfassung empfindlicher, nie zweifelhafter über die Rechte des Souveräns, nie vorsichtiger in ihren Verhandlungen gewesen. Wir finden unter seiner Regierung die gewalttätigsten Ausbrüche des republikanischen Geists und die Anmaßung der Nation oft bis zum Missbrauch getrieben, welches die Fortschritte der königlichen Gewalt mit einem Schein von Rechtmäßigkeit schmückte. Ein Souverän wird die bürgerliche Freiheit immer als einen veräußerten Distrikt seines Gebiets betrachten, den er wiedergewinnen muss. Einem Bürger ist die souveräne Herrschaft ein reißender Strom, der seine Gerechtsame überschwemmt. Die Niederländer schützten sich durch Dämme gegen ihren Ozean und gegen ihre Fürsten durch Konstitutionen. Die ganze Weltgeschichte ist ein ewig wiederholter Kampf der Herrschsucht und Freiheit um diesen streitigen Fleck Landes, wie die Geschichte der Natur nichts anders ist, als ein Kampf der Elemente und Körper um ihren Raum. Die Niederlande empfanden bald, dass sie die Provinz einer Monarchie geworden waren. Solange ihre vorigen Beherrscher kein höheres Anliegen hatten, als ihren Wohlstand abzuwarten, näherte sich ihr Zustand dem stillen Glück einer geschlossenen Familie, deren Haupt der Regent war. Karl V. führte sie auf den Schauplatz der politischen Welt. Jetzt machten sie ein Glied des Riesenkörpers aus, den die Ehrsucht eines einzigen zu ihrem Werkzeug gebrauchte. Sie hörten auf, ihr eigner Zweck zu sein. Der Mittelpunkt ihres Daseins war in die Seele ihres Regenten verlegt. Da seine ganze Regierung nur eine Bewegung nach außen oder eine politische Handlung war, so musste er vor allen Dingen seiner Gliedmaßen mächtig sein, um sich ihrer mit Nachdruck und Schnelligkeit zu bedienen. Unmöglich konnte er sich also in die langwierige Mechanik ihres innern bürgerlichen Lebens verwickeln oder ihren eigentümlichen Vorrechten die gewissenhafte Aufmerksamkeit widerfahren lassen, die ihre republikanische Umständlichkeit verlangte. Mit einem kühnen, monarchischen Schritt trat er den künstlichen Bau einer Würmerwelt nieder. Er musste sich den Gebrauch ihrer Kräfte erleichtern durch Einheit. Das Tribunal zu mecheln war bis jetzt ein unabhängiger Gerichtshof gewesen. Er unterwarf ihn einem königlichen Rat, den er in Brüssel niedersetzte und der ein Organ seines Willens war. In das Innerste ihrer Verfassung führte er Ausländer, denen er die wichtigsten Bedienungen anvertraute. Menschen, die keinen Rückhalt hatten als die königliche Gnade, konnten nicht anders als schlimme Hüter einer Gerechtsame sein, die ihnen noch dazu wenig bekannt war. Der wachsende Aufwand seiner kriegerischen Regierung nötigte ihn, seine Hilfsquellen zu vermehren. Mit Hintansetzung ihrer heiligsten Privilegien legte er den Provinzen ungewöhnliche Steuern auf. Die Staaten, um ihr Ansehen zu retten, mussten bewilligen, was er so bescheiden gewesen war, nicht ertrotzen zu wollen. Die ganze Regierungsgeschichte dieses Monarchen in den Niederlanden ist beinahe nur ein fortlaufendes Verzeichnis eingeforderter, verweigerter und endlich doch bewilligter Steuern. Der Konstitution zuwider führte er fremde Truppen in ihr Gebiet, ließ in den Provinzen für seine Armeen werben und verwickelte sie in Kriege, die ihrem Interesse gleichgültig, wo nicht schädlich waren und die sie nicht gebilligt hatten. Er bestrafte die Vergehungen eines Freistaats als Monarch und Gens' fürchterliche Züchtigung kündigte ihnen die große Veränderung an, die ihre Verfassung bereits erlitten hatte. Der Wohlstand des Landes war insoweit gesichert, als er den Staatsentwürfen seines Beherrschers notwendig war. Als Karls vernünftige Politik die Gesundheitsregel des Körpers gewiß nicht verletzte, den er anzustrengen sich genötigt sah. Glücklicherweise führen die entgegengesetztesten Entwürfe der Herrschsucht und der uneigennützigsten Menschenliebe oft auf eins, und die bürgerliche Wohlfahrt, die sich ein Marcus Aurelius zum Ziele setzt, wird unter einem August und Ludwig gelegentlich befördert. Karl V. erkannte vollkommen, dass Handel die Stärke der Nation war und ihres Handels grundfeste Freiheit. Er schonte ihrer Freiheit, weil er ihrer Stärke bedurfte. Staatskundiger, nicht gerechter als sein Sohn, unterwarf er seine Maximen dem Bedürfnis des Orts und der Gegenwart, und nahm in Antwerpen eine Verordnung zurück, die er mit allen Schrecken der Gewalt in Madrid würde behauptet haben. Was die Regierung Karl V. für die Niederlande besonders merkwürdig macht, ist die große Glaubensrevolution, welche unter ihr erfolgte und welche uns als die vornehmste Quelle des nachfolgenden Aufstands etwas umständlicher beschäftigen soll. Sie zuerst führte die willkürliche Gewalt in das innerste Heiligtum ihrer Verfassung, lehrte sie ein schreckliches Probestück ihrer Geschicklichkeit ablegen und machte sie gleichsam gesetzmäßig, indem sie den republikanischen Geist auf eine gefährliche Spitze stellte. So wie der Letztere in Anarchie und Aufruhr hinüberschweifte, erstieg die monarchische Gewalt die äußerste Höhe des Despotismus. Nichts ist natürlicher als der Übergang bürgerlicher Freiheit in Gewissensfreiheit. Der Mensch oder das Volk, die durch eine glückliche Staatsverfassung mit Menschen wehrt, einmal bekannt geworden, die das Gesetz, das über sie sprechen soll, einzusehen, gewöhnt worden sind oder es auch selber erschaffen haben, deren Geist durch Tätigkeit aufgehellt, deren Gefühle durch Lebensgenuss aufgeschlossen, deren natürlicher Mut durch innere Sicherheit und Wohlstand erhoben worden. Ein solches Volk und ein solcher Mensch werden sich schwerer als andere in die blinde Herrschaft eines dumpfen, despotischen Glaubens ergeben und sich früher als andere wieder davon emporrichten. Noch ein anderer Umstand musste das Wachstum der neuen Religion in diesen Ländern begünstigen. Italien, damals der Sitz der größten Geistesverfeinerung, ein Land, wo sonst immer die heftigsten politischen Faktionen gewütet haben, wo ein brennendes Klima das Blut zu den wildesten Affekten erhitzt, Italien, könnte man einwenden, blieb unter allen europäischen Ländern beinahe am meisten von dieser Neuerung frei. Aber einem romantischen Volke, das durch einen warmen und lieblichen Himmel, durch eine üppige, immer junge und immer lachende Natur und die mannigfaltigsten Zaubereien der Kunst in einem ewigen Sinnengenusse erhalten wird, war eine Religion angemessener, deren prächtiger Pomp die Sinne gefangen nimmt, deren geheimnisvolle Rätsel der Phantasie einen unendlichen Raum eröffnen, deren vornehmste Lehren sich durch malerische Formen in die Seele einschmeicheln. Einem Volke im Gegenteil, das durch die Geschäfte des gemeinen bürgerlichen Lebens zu einer undichterischen Wirklichkeit herabgezogen, in deutlichen Begriffen mehr als in Bildern lebt und auf Unkosten der Einbildungskraft seine Menschenvernunft ausbildet. Einem solchen Volke wird sich ein Glaube empfehlen, der die Prüfung weniger fürchtet, der weniger auf Mystik als auf Sittenlehre dringt, weniger angeschaut als begriffen werden kann. Mit kürzeren Worten, die katholische Religion wird im Ganzen mehr für ein Künstlervolk, die protestantische mehr für ein Kaufmannsvolk taugen. Dies vorausgesetzt musste die neue Lehre, welche Luther in Deutschland und Calvin in der Schweiz verbreiteten, in den Niederlanden das günstigste Erdreich finden. Ihre ersten Keime wurden durch die protestantischen Kaufleute, die sich in Amsterdam und Antwerpen sammelten, in die Niederlande geworfen. Die deutschen und schweizerischen Truppen, welche Karl in diese Länder einführte, und die große Menge französischer, deutscher und englischer Flüchtlinge, die dem Schwert der Verfolgung, das in dem Vaterland ihrer wartete, in den Freiheiten Flanderns zu entfliehen suchten, beförderten ihre Verbreitung. Ein großer Teil des niederländischen Adels studierte damals in Genf, weil die Akademie von Löwen noch nicht in Aufnahme war, die von Dois aber noch erst gestiftet werden sollte. Die neuen Religionsbegriffe, die dort öffentlich gelehrt wurden, brachte die studierende Jugend mit in ihr Vaterland zurück. Bei einem unvermischten und geschlossenen Volk konnten diese ersten Keime erdrückt werden. Der Zusammenschluss so vieler und so ungleicher Nationen in den holländischen und brabantischen Stapelstädten musste ihr erstes Wachstum dem Auge der Regierung entziehen und unter der Hülle der Verborgenheit beschleunigen. Eine Verschiedenheit in der Meinung konnte leicht Raum gewinnen, wo kein gemeinschaftlicher Volkscharakter, keine Einheit der Sitten und der Gesetze war. In einem Lande endlich, wo Arbeitsamkeit, die gerühmteste Tugend, Bettelei das verächtlichste Laster war, mußte ein Orden des Müßiggangs, der Mönchs stand, lange anstößig gewesen sein. Die neue Religion, die dagegen eiferte, gewann daher schon unendlich viel, daß sie in diesem Stücke die Meinung des Volkes schon auf ihrer Seite hatte. Fliegende Schriften voll Bitterkeit und Satire, denen die neu erfundene Buchdruckerkunst in diesen Ländern einen schnelleren Umlauf gab, und mehrere damals in den Provinzen herumziehende Rednerbanden Rederiker genannt, welche in theatralischen Vorstellungen oder Liedern die Mißbräuche ihrer Zeit verspotteten, trugen nicht wenig dazu bei, das Ansehen der römischen Kirche zu stürzen und der neuen Lehre in den Gemütern des Volkes eine günstige Aufnahme zu bereiten. Ihre ersten Eroberungen gingen zum Erstaunen geschwind. Die Zahl derer, die sich in kurzer Zeit vorzüglich in den nördlicheren Provinzen zu der neuen Sekte bekannten, ist ungeheuer. Noch aber überwogen hierinnen die Ausländer, bei weitem die geborenen Niederländer. Karl V., der bei dieser großen Glaubenstrennung die Partei genommen hatte, die ein Despot nicht verfehlen kann, setzte dem zunehmenden Strome der Neuerung die nachdrücklichsten Mittel entgegen. Zum Unglück für die verbesserte Religion war die politische Gerechtigkeit auf der Seite ihres Verfolgers. Der Damm, der die menschliche Vernunft so viele Jahrhunderte lang von der Wahrheit abgewehrt hatte, war zu schnell weggerissen, als dass der losbrechende Strom nicht über sein angewiesenes Bette hätte austreten sollen. Der wiederauflebende Geist der Freiheit und der Prüfung, der doch nur in den Grenzen der Religionsfragen hätte verharren sollen, untersuchte jetzt auch die Rechte der Könige. Da man anfangs nur eiserne Fesseln brach, wollte man zuletzt auch die rechtmäßigsten und notwendigsten Bande zerreißen. Die Bücher der Schrift, die nunmehr allgemeiner geworden waren, mussten jetzt dem abenteuerlichsten Fanatismus ebenso gut Gift als der aufrichtigsten Wahrheitsliebe, Licht und Nahrung borgen. Die gute Sache hatte den schlimmen Weg der Rebellion wählen müssen, und jetzt erfolgte, was immer erfolgen wird, solange Menschen Menschen sein werden. Auch die schlimme Sache, die mit jener nichts als das gesetzwidrige Mittel gemein hatte, durch diese Verwandtschaft dreister gemacht, erschien in ihrer Gesellschaft und wurde mit ihr verwechselt. Luther hatte gegen die Anbetung der Heiligen geeifert. Jeder freche Bube, der in ihre Kirchen und Klöster brach und ihre Altäre beraubte, hieß jetzt Lutheraner. Die Faktion, die Raubsucht, der Schwindelgeist, die Unzucht, kleideten sich in seine Farbe. Die ungeheuersten Verbrecher bekannten sich vor den Richtern zu seiner Sekte. Die Reformation hatte den römischen Bischof zu der fehlenden Menschheit herabgezogen. Eine rasende Bande, vom Hunger begeistert, will allen Unterschied der Stände vernichtet wissen. Natürlich, dass eine Lehre, die sich dem Staate nur von ihrer verderblichen Seite ankündigte, einen Monarchen nicht mit sich aussöhnen konnte, der schon so viele Ursachen hatte, sie zu vertilgen. Und kein Wunder also, dass er die Waffen gegen sie benutzte, die sie ihm selbst aufgedrungen hatte. Karl musste sich in den Niederlanden schon als absoluten Fürsten betrachten, da er die Glaubensfreiheit, die er Deutschland angedeihen ließ, nicht auch auf jene Länder ausdehnte. Während dass er von der nachdrücklichen Gegenwehr unserer Fürsten gezwungen, der neuen Religion hier eine ruhige Übung versicherte, ließ er sie dort durch die grausamsten Edikte verfolgen. Das Lesen der Evangelisten und Apostel, alle öffentlichen und heimlichen Versammlungen, zu denen nur irgend die Religion ihren Namen gab. Alle Gespräche dieses Inhalts zu Hause und über Tische waren in diesen Edikten bei strengen Strafen untersagt. In allen Provinzen des Landes wurden besondere Gerichte niedergesetzt, über die Vollstreckung der Edikte zu wachen. Wer irrige Meinungen hegte, war, ohne Rücksicht seines Rangs, seiner Bedienung verlustig. Wer überwiesen wurde, ketzerische Lehren verbreitet, oder auch nur den geheimen Zusammenkünften der Glaubensverbesserer beigewohnt zu haben, ward zum Tode verdammt, Mannspersonen mit dem Schwert hingerichtet, Weiber aber lebendig begraben. Rückfällige Ketzer übergab man dem Feuer. Diese fürchterlichen Urteilssprüche konnte selbst der Widerruf des Verbrechers nicht aufheben. Wer seine Irrtümer abschwur, hatte nichts dabei gewonnen, als höchstens eine gelindere Todesart. Die Lehengüter eines Verurteilten fielen dem Fiskus zu, gegen alle Privilegien des Landes, nach welchen es dem Erben gestattet war, sie mit wenigem Gelde zu lösen. Gegen ein ausdrückliches, kostbares Vorrecht des holländischen Bürgers nicht außerhalb seiner Provinz gerichtet zu werden, wurden die Schuldigen aus den Grenzen der vaterländischen Gerichtsbarkeit geführt und durch fremde Tribunale verurteilt. So musste die Religion dem Despotismus die Hand führen, Freiheiten, die dem weltlichen Arm unverletzlich waren, mit heiligem Griff, ohne Gefahr und Widerspruch, anzutasten. Karl V., durch den glücklichen Fortgang seiner Waffen in Deutschland kühn gemacht, glaubte nun, alles wagen zu dürfen, und dachte ernstlich darauf, die spanische Inquisition in die Niederlande zu pflanzen. Schon allein die Furcht dieses Namens brachte in Antwerpen plötzlich den Handel zum Stillstand. Die vornehmsten fremden Kaufleute stunden im Begriff, die Stadt zu verlassen. Man kaufte und verkaufte nichts mehr. Der Wert der Gebäude fiel, die Handwerke stunden Stille. Das Geld verlor sich aus den Händen des Bürgers. Unvermeidlich war der Untergang dieser blühenden Handelsstadt, wenn Karl V., durch die Vorstellungen der Stadthalterin überführt, diesen gefährlichen Anschlag nicht hätte fallen lassen. Dem Tribunal wurde also gegen auswärtige Kaufleute Schonung empfohlen und der Name der Inquisitoren gegen die mildere Benennung geistlicher Richter vertauscht. Aber in den übrigen Provinzen fuhr dieses Tribunal fort, mit dem unmenschlichen Despotismus zu wüten, der ihm eigentümlich ist. Man will berechnet haben, dass während Karls des fünften Regierung fünfzigtausend Menschen allein der Religion wegen durch die Hand des Nachrichters gefallen sind. Wirft man einen Blick auf das gewaltsame Verfahren dieses Monarchen, so hat man Mühe zu begreifen, was den Aufruhr, der unter der folgenden Regierung so wütend hervorbrach, während der seinigen in Schranken gehalten hat. Eine nähere Beleuchtung wird diesen Umstand aufklären. Karls gefürchtete Übermacht in Europa hatte den niederländischen Handel zu einer Größe erhoben, die ihm vorher niemals geworden. Die Majestät seines Namens schloß ihren Schiffen alle Häfen auf, reinigte für sie alle Meere und bereitete ihnen die günstigsten Handelsverträge mit auswärtigen Mächten. Durch ihn vorzüglich richteten sie die Oberherrschaft der Hansa in der Ostsee zugrunde. Die neue Welt, Spanien, Italien, Deutschland, die nunmehr einen Beherrscher mit ihnen teilten, waren gleichsam als Provinzen ihres eigenen Vaterlandes zu betrachten und lagen allen ihren Unternehmungen offen. Er hatte ferner die noch übrigen sechs Provinzen mit der burgundischen Erbschaft vereinigt und diesem Staat einen Umfang, eine politische Wichtigkeit gegeben, die ihn den ersten Monarchien Europens an die Seite setzte. Dadurch schmeichelte er dem Nationalstolze dieses Volkes. Nachdem Geldern, Utrecht, Friesland und Gröningen seine Herrschaft einverleibt waren, hörten alle Privatkriege in diesen Provinzen auf, die so lange Zeit ihren Handel beunruhigt hatten. Ein ununterbrochener innerer Friede ließ sie alle Früchte ihrer Betriebsamkeit ernten. Karl war also ein Wohltäter dieser Völker. Der Glanz seiner Siege hatte zugleich ihre Augen geblendet. Der Ruhm ihres Souveräns, der auch auf sie zurückfloss, ihre republikanische Wachsamkeit bestochen. Der furchtbare Nimbus von Unüberwindlichkeit, der den Bezwinger Deutschlands, Frankreichs, Italiens und Afrikas umgab, erschreckte die Faktionen. Und dann, wem ist es nicht bekannt, wie viel der Mensch, er heiße Privatmann oder Fürst, sich erlauben darf, dem es gelungen ist, die Verwunderung zu fesseln. Seine öftere persönliche Gegenwart in diesen Ländern, die er, nach seinem eigenen Geständnis, zu zähen verschiedenen Malen besuchte, hielt die Mißvergnügten in Schranken. Die wiederholten Auftritte strenger und fertiger Justiz unterhielten das Schrecken der souveränen Gewalt. Karl endlich war in den Niederlanden geboren und liebte die Nation, in deren Schoß er erwachsen war. Ihre Sitten gefielen ihm, das Natürliche ihres Charakters und Umgangs gab ihm eine angenehme Erholung von der strengen spanischen Gravität. Er redete ihre Sprache und richtete sich in seinem Privatleben nach ihren Gebräuchen. Das drückende Zeremoniell, die unnatürliche Scheidewand zwischen König und Volk, war aus Brüssel verbannt. Kein scheelsüchtiger Fremdling sperrte ihnen den Zugang zu ihrem Fürsten. Der Weg zu ihm ging durch ihre eigenen Landsleute, denen er seine Person anvertraute. Er sprach viel und gerne mit ihnen. Sein Anstand war gefällig, seine Reden verbindlich. Diese kleinen Kunstgriffe gewannen ihm ihre Liebe, und während das seine Armeen ihre Saatfelder niedertraten, seine räuberischen Hände in ihrem Eigentume wühlten, während das seine Stadthalter pressten, seine Nachrichter schlachteten, versicherte er sich ihrer Herzen durch eine freundliche Miene. Gern hätte Karl diese Zuneigung der Nation auf seinen Sohn Philipp Forterben gesehen. Aus keinem andern Grunde ließ er ihn noch in seiner Jugend aus Spanien kommen und zeigte ihn in Brüssel seinem künftigen Volk. An dem feierlichen Tag seiner Thronentsagung empfahl er ihm diese Länder als die reichsten Steine in seiner Krone und ermahnte ihn ernstlich ihrer Verfassung zu schonen. Philipp der Zweite war in allem was menschlich ist das Gegenbild seines Vaters. Ehrsüchtig wie dieser aber weniger bekannt mit Menschen und Menschen wert hatte er sich ein Ideal von der königlichen Herrschaft entworfen welches Menschen nur als dienstbare Organe der Willkür behandelt und durch jede Äußerung der Freiheit beleidigt wird. In Spanien geboren und unter der eisernen Zuchtrute des Mönchtums erwachsen forderte er auch von anderen die traurige Einförmigkeit und den Zwang die sein Charakter geworden waren. Der fröhliche Mutwille der Niederländer empörte sein Temperament und seine Gemütsart nicht weniger als ihre Privilegien seine Herrschsucht verwundeten. Er sprach keine andere als die spanische Sprache duldete nur Spanier um seine Person und hing mit Eigensinn an ihren Gebräuchen umsonst dass der Erfindungsgeist aller flandrischen Städte durch die er zog in kostbaren Festen wetteiferte seine Gegenwart zu verherrlichen. Philipps Auge blieb finster alle Verschwendungen der Pracht alle lauten üppigen Ergießungen der redlichsten Freude konnten kein Lächeln des Beifalls in seine Minen locken. Karl verfehlte seine Absicht ganz da er seinen Sohn den Flämingern vorstellte. Weniger drückend würden sie in der Folge sein Joch gefunden haben, wenn er seinen Fuß nie in ihr Land gesetzt hätte. Aber sein Anblick kündigte es ihnen an. Sein Eintritt in Brüssel hatte ihm alle Herzen verloren. Des Kaisers freundliche Hingebung an dies Volk diente jetzt nur dazu, den hochmütigen Ernst seines Sohns desto widriger zu erheben. In seinem Angesicht hatten sie den verderblichen Anschlag gegen ihre Freiheit gelesen, den er schon damals in seiner Brust auf und nieder wälzte. Sie waren vorbereitet einen Tyrannen in ihm zu finden und gerüstet ihm zu begegnen. Die Niederlande waren der erste Thron, von welchem Karl der Fünfte herunterstieg. Vor einer feierlichen Versammlung in Brüssel löste er die Generalstaaten ihres Eides und übertrug ihn auf König Philipp seinen Sohn. Wenn euch mein Tod beschloss er endlich gegen diesen in den Besitz dieser Länder gesetzt hätte, so würde mir ein so kostbares Vermächtnis schon einen großen Anspruch auf eure Dankbarkeit geben. Aber jetzt, da ich sie euch aus freier Wahl überlasse, da ich zu sterben eile, um euch den Genuss derselben zu beschleunigen, jetzt verlange ich von euch, dass ihr diesen Völkern bezahlt, was ihr mir mehr dafür schuldig zu sein glaubt. Andere Fürsten wissen sich glücklich, mit der Krone, die der Tod ihnen abfordert, ihre Kinder zu erfreuen. Diese Freude will ich noch selbst mitgenießen. Ich will euch leben und regieren sehen. Wenige werden meinem Beispiele folgen, wenige sind mir darin vorangegangen. Aber meine Handlung wird lobenswürdig sein, wenn euer künftiges Leben meine Zuversicht rechtfertigt. Wenn ihr nie von der Weisheit weichet, die ihr bisher bekannt habt, wenn ihr in der Reinigkeit des Glaubens unerschütterlich verharret, der die festeste Säule eures Thrones ist. Noch eines setze ich hinzu. Möge der Himmel auch euch mit einem Sohne beschenkt haben, dem ihr die Herrschaft abtreten könnet, aber nicht müsst. Nachdem der Kaiser geendigt hatte, kniete Philipp vor ihm nieder, drückte sein Gesicht auf dessen Hand und empfing den väterlichen Segen. Seine Augen waren feucht zum letzten Mal. Es weinte alles, was herumstand. Es war eine unvergeßliche Stunde. Diesem rührenden Gaukelspiel folgte bald ein anderes. Philipp nahm von den versammelten Staaten die Huldigung an. Er legte den Eid ab, der ihm in folgenden Worten vorgelegt wurde. Ich, Philipp, von Gottes Gnaden Prinz von Spanien, beider Sizilien und sofort, gelobe und schwöre, dass ich in den Ländern, Grafschaften, Herzogtümern und sofort ein guter und gerechter Herr sein, dass ich aller edeln, Städte, gemeinen und untertanen Privilegien und Freiheiten, die ihnen von meinen Vorfahren verliehen worden und ferner ihre Gewohnheiten herkommen, Gebräuche und Rechte, die sie jetzt überhaupt und insbesondere haben und besitzen, wohl und getreulich halten und halten lassen und ferner alles dasjenige üben wolle, was einem guten und gerechten Prinzen und Herrn von Rechtswegen zukommt. So müsse mir Gott helfen und alle seine Heiligen. Die Furcht, welche die willkürliche Regierung des Kaisers eingeflößt hatte und das Misstrauen der Stände gegen seinen Sohn sind schon in dieser Eidesformel sichtbar, die weit behutsamer und bestimmter verfasst war, als Karl der Fünfte selbst und alle burgundischen Herzoge sie beschworen haben. Philipp mußte nunmehr auch die Aufrechterhaltung ihrer Gebräuche und Gewohnheiten angeloben, welches vor ihm nie verlangt worden war. In dem Eide, den die Stände ihm leisteten, wird ihm kein anderer Gehorsam versprochen, als der mit den Privilegien des Landes bestehen kann. Seine Beamten haben nur dann auf Unterwerfung und Beistand zu rechnen, wenn sie ihr anvertrautes Amt nach Obliegenheiten verwalten. Philipp endlich wird in diesem Hüldigungseid der Stände nur der Natürliche der Geborne Fürst nie souverän oder Herr genannt, wie der Kaiser gewünscht hatte. Beweise genug, wie klein die Erwartungen waren, die man sich von der Gerechtigkeit und Großmuth des neuen Landesherrn bildete. Erstes Buch Philipp der Zweite Berger der Niederlande von Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitre Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der Spanischen Regierung von Friedrich von Schiller Erstes Buch Philipp der Zweite Beherrscher der Niederlande Philipp der Zweite empfing die Niederlande in der höchsten Blüte ihres Wohlstandes. Er war der Erste ihrer Fürsten, der sie vollzählig antrat. Sie bestanden nunmehr aus siebzehn Landschaften, den vier Herzogtümern Brabant, Limburg, Luxemburg, Geldern, den sieben Grafschaften Attois, Hennegau, Flandern, Namur, Züttpen, Holland und Seeland, der Markgrafschaft Antwerpen und den fünf Herrlichkeiten Friesland, Mecheln, Utrecht, Oberüssel und Gröningen, welche verbunden einen großen und mächtigen Staat ausmachten, der mit Königreichen wetteifern konnte. Höher, als er damals stand, konnte ihr Handel nicht mehr steigen. Ihre Goldgruben waren über der Erde, aber sie waren unerschöpflicher und reicher als alle Minen in seinem Amerika. Diese siebenzehn Provinzen, die zusammengenommen kaum den fünften Teil Italiens betragen und sich nicht über dreihundert flandrische Meilen erstrecken, brachten ihrem Beherrscher nicht viel weniger ein, als ganz Britannien seinen Königen trug, ehe diese noch die geistlichen Güter zu ihrer Krone schlugen. Drei hundert und fünfzig Städte durch Genuss und Arbeit lebendig, viele darunter ohne Bollwerke, fest und ohne Mauern geschlossen, sechs tausend dreihundert größere Flecken, Geringere Dörfer, Meiereien und Bergschlösser ohne Zahl vereinigen dieses Reich in eine einzige blühende Landschaft. Eben jetzt stand die Nation im Meridian ihres Glanzes. Fleiß und Überfluss hatten das Genie des Bürgers erhoben, seine Begriffe aufgehellt, seine Neigungen veredelt. Jede Blüte des Geistes erschien mit der Blüte des Landes. Ein ruhigeres Blut, durch einen strengeren Himmel Gekältet, lässt die Leidenschaften hier weniger stürmen. Gleichmut, Mäßigkeit und ausdauernde Geduld, Geschenke dieser nördlicheren Zone, Redlichkeit, Gerechtigkeit und Glaube, die notwendigen Tugenden seines Gewerbes und seiner Freiheit liebliche Früchte, Wahrheit, Wohlwollen und patriotischer Stolz spielen hier in sanfteren Mischungen mit menschlicheren Lastern. Kein Volk auf Erden wird leichter beherrscht durch einen verständigen Fürsten und keines schwerer durch einen Gaukler oder Tyrannen. Nirgends ist die Volksstimme eine so unfehlbare Richterin der Regierung als hier. Wahre Staatskunst kann sich in keiner rühmlicheren Probe versuchen und sieche gekünstelte Politik hat keine schlimmere zu fürchten. Ein Staat wie dieser konnte mit Riesen Stärke handeln und ausdauern, wenn das dringende Bedürfnis seine Kraft aufbot, wenn eine kluge und schonende Verwaltung seine Quellen eröffnete. Karl der Fünfte verließ seinem Nachfolger eine Gewalt in diesen Ländern, die von einer gemäßigten Monarchie wenig verschieden war. Das königliche Ansehen hatte sich merklich über die republikanische Macht erhoben und diese zusammengesetzte Maschine konnte nunmehr beinahe so sicher und schnell in Bewegung gesetzt werden als ein ganz unterwürfiger Staat. Der zahlreiche sonst so mächtige Adel folgte dem Souverän jetzt willig in seinen Kriegen oder Bute in Ämtern des Friedens um das Lächeln der Majestät. Die verschlagene Politik der Krone hatte neue Güter der Einbildung erschaffen, von denen sie allein die Verteilerin war. Neue Leidenschaften und neue Meinungen von Glück verdrängten endlich die rohe Einfalt republikanischer Tugend. Stolz wich der Eitelkeit, Freiheit der Ehre, dürftige Unabhängigkeit, einer überwollüstigen, lachenden Sklaverei. Das Vaterland als unumschränkter Satrap eines unumschränkten Herrn zu drücken oder zu plündern, war eine mächtigere Reizung für die Absucht und den Ehrgeiz der Großen als den Hundertsten Theil der Souveränität auf dem Reichstag mit ihm zu teilen. Ein großer Teil des Adels war überdies in Armut und schwere Schulden versunken. Unter dem scheinbaren Vorwand von Ehrenbezeugungen hatte schon Karl der Fünfte die gefährlichsten Vasallen der Krone durch kostbare Gesandtschaften an fremde Höfe geschwächt. So wurde Wilhelm von Oranien mit der Kaiserkrone nach Deutschland und Graf von Egmont nach England geschickt, die Vermählung Philips mit der Königin Maria zu schließen. Beide begleiteten auch nachher den Herzog von Alba nach Frankreich, den Frieden zwischen beiden Kronen und die neue Verbindung ihres Königs mit Madame Elisabeth zu stiften. Die Unkosten dieser Reise beliefen sich auf dreihunderttausend Gulden, wovon der König auch nicht einen Heller ersetzte. Als der Prinz von Oranien an der Stelle des Herzogs von Savoyen Feldherr geworden war, musste er allein alle Unkosten tragen, die diese Würde notwendig machte. Wenn fremde Gesandten oder Fürsten nach Brüssel kamen, lag es den niederländischen Großen ob, die Ehre ihres Königs zu retten, der allein speiste und niemals öffentliche Tafel gab. Die spanische Politik hatte noch sinnreichere Mittel erfunden, die reichsten Familien des Landes nach und nach zu entkräften. Alle Jahre erschien einer von den kastilianischen Großen in Brüssel, wo er eine Pracht verschwendete und einen Aufwand machte, der sein Vermögen weit überstieg. Ihm darin nachzustehen, hätte in Brüssel für einen unauslöslichen Schimpf gegolten. Alles wetteiferte, ihn zu übertreffen, und erschöpfte in diesen teuren Wettkämpfen sein Vermögen, indes der Spanier noch zur rechten Zeit wieder nach Hause kehrte und die Verschwendung eines einzigen Jahres durch eine vierjährige Mäßigkeit wiedergutmachte. Mit jedem Ankömmling, um den Preis des Reichtums zu buhlen, war die Schwäche des niederländischen Adels, welche die Regierung recht gut zu nutzen verstand. Freilich schlugen diese Künste nachher nicht so glücklich für sie aus, als sie berechnet hatte. Denn eben diese drückenden Schuldenlasten machten den Adel jeder Neuerung günstiger, weil derjenige, welche alles verloren in der allgemeinen Verwüstung nur zu gewinnen hat. Die Geistlichkeit war von jeher eine Stütze der königlichen Macht und musste es sein. Ihre goldne Zeit fiel immer in die Gefangenschaft des menschlichen Geistes und wie jene sehen wir sie vom Blödsinn und von der Sinnlichkeit ernten. Der bürgerliche Druck macht die Religion notwendiger und teurer. Blinde Ergebung in Tyrannengewalt bereitet die Gemüter zu einem blinden, bequemen Glauben und mit Wucher erstattet dem Despotismus die Hierarchie seine Dienste wieder. Die Bischöfe und Prälaten im Parlamente waren eifrige Sachwalter der Majestät und immer bereit dem Nutzen der Kirche und dem Staatsvorteil des Souveräns das Interesse des Bürgers zum Opfer zu bringen. Zahlreiche und tapfere Besatzungen hielten die Städte in Furcht, die zugleich noch durch Religionsgezänke und Faktionen getrennt und ihrer mächtigsten Stütze so ungewiss waren. Wie wenig erforderte es also dieses Übergewicht zu bewahren und wie ungeheuer mußte das versehen sein wodurch es zugrunde ging. So groß Philips Einfluß in diesen Ländern war so großes Ansehen hatte die spanische Monarchie damals in ganz Europa gewonnen. Kein Staat durfte sich mit ihr auf den Kampfboden wagen. Frankreich ihr gefährlichster Nachbar durch einen schweren Krieg und noch mehr durch innere Faktionen entkräftet die unter einer kindischen Regierung ihr Haupt erhuben ging schon mit schnellen Schritten der unglücklichen Epoche entgegen die es beinahe ein halbes Jahrhundert lang zu einem Schauplatz der Abscheulichkeit und des Elends gemacht hat Kaum konnte Elisabeth von England ihren eignen noch wankenden Thron gegen die Stürme der Parteien ihre neue noch unbefestigte Kirche gegen die verborgenen Versuche der Vertriebenen schützen Erst auf ihren schöpferischen Ruf sollte dieser Staat aus einer demütigen Dunkelheit steigen und die lebendige Kraft womit er seinen Nebenbuhler endlich darniederringt von der fehlerhaften Politik dieses Letztern empfangen Das deutsche Kaiserhaus war durch die zwiefachen Bande des Bluts und des Staats Vorteils an das Spanische geknüpft und das wachsende Kriegsglück Solimans zog seine Aufmerksamkeit mehr auf den Osten als auf den Westen von Europa Dankbarkeit und Furcht versicherten Philipp die italienischen Fürsten und das Konklave beherrschten seine Geschöpfe Die Monarchien des Nordens lagen noch in barbarischer Nacht oder fingen nur eben an Gestalt anzunehmen und das Staatssystem von Europa kannte sie nicht die geschicktesten Generale zahlreiche sieggewohnte Armeen eine gefürchtete Marine und der reiche goldne Tribut der nun erst anfing regelmäßig und sicher aus Westindien einzulaufen Welche furchtbare Werkzeuge in der festen und steten Hand eines geistreichen Fürsten unter so glücklichen Sternen eröffnete König Philipp seine Regierung Ehe wir ihn handeln sehen müssen wir einen flüchtigen Blick in seine Seele tun und hier einen Schlüssel zu seinem politischen Leben aufsuchen Freude und Wohlwollen fehlten in diesem Gemüte Jene versagten ihm sein Blut und seine frühen finstern Kinderjahre Dieses konnten Menschen ihm nicht geben denen das süßeste und mächtigste Band an die Gesellschaft mangelte Zwei Begriffe sein Ich und was über diesem Ich war füllten seinen dürftigen Geist aus Egoismus und Religion sind der Inhalt und die Überschrift seines ganzen Lebens Er war König und Christ und war beides schlecht weil er beides vereinigen wollte Mensch für Menschen war er niemals weil er von seinem Selbst nur aufwärts nie abwärts stieg sein Glaube war grausam und finster denn seine Gottheit war ein schreckliches Wesen Er hatte nichts mehr von ihr zu empfangen aber zu fürchten Dem geringen Mann erscheint sie als Trösterin als Erretterin Ihm war sie ein aufgestelltes Angstbild eine schmerzhafte demütigende Schranke seiner menschlichen Allmacht seine Ehrfurcht gegen sie war um so tiefer und inniger je weniger sie sich auf andere Wesen verteilte Er zitterte knächtig vor Gott weil Gott das Einzige war wovor er zu zittern hatte Karl der Fünfte eiferte für die Religion weil die Religion für ihn arbeitete Philipp tat es weil er wirklich an sie glaubte Jener ließ um des Dogma Willen mit Feuer und Schwert gegen tausende Wüten und er selbst verspottete in der Person des Papstes seines Gefangenen den Leersatz dem er Menschenblut opferte Philipp entschließt sich zu dem gerechtesten Kriege gegen diesen nur mit Widerwillen und Gewissensfurcht und begibt sich aller Früchte seines Sieges wie ein reuiger Missetäter seines Raubs Der Kaiser war Barbar aus Berechnung sein Sohn aus Empfindung Der Erste war ein starker und aufgeklärter Geist aber vielleicht ein desto schlimmerer Mensch Der Zweite war ein beschränkter und schwacher Kopf Aber er war gerechter Beide aber wie mich dünkt konnten bessere Menschen gewesen sein als sie wirklich waren und im Ganzen nach denselben Maßregeln gehandelt haben Was wir dem Charakter der Person zur Last legen ist sehr oft das Gebrechen die notwendige Ausflucht der allgemeinen menschlichen Natur Eine Monarchie von diesem Umfang war eine zu starke Versuchung für den menschlichen Stolz und eine zu schwere Aufgabe für menschliche Kräfte Allgemeine Glückseligkeit mit der höchsten Freiheit des Individuums zu Paaren gehört für den unendlichen Geist der sich auf alle Teile allgegenwärtig verbreitet Aber welche Auskunft trifft der Mensch in der Lage des Schöpfers Der Mensch kommt durch Klassifikation seiner Beschränkung zu Hilfe Gleich dem Naturforscher setzt er Kenntnisse und eine Regel fest die seinem schwankenden Blick die Übersicht erleichtert und wozu sich alle Individuen bekennen müssen Dieses leistet ihm die Religion Sie findet Hoffnung und Furcht in jede Menschenbrust gesählt Indem sie sich dieser Triebe bemächtigt diese Triebe einem Gegenstande unterjocht hat sie millionen selbständiger wesen in ein einförmiges abstrakt verwandelt die unendliche Mannigfaltigkeit der menschlichen Willkür verwirrt ihren Beherrscher jetzt nicht mehr Jetzt gibt es ein allgemeines Übel und ein allgemeines Gut das er zeigen und entziehen kann das auch da wo er nicht ist mit ihm einverstanden wirket Jetzt gibt es eine Grenze an welcher die Freiheit stille steht eine ehrwürdige heilige Linie nach welcher alle Streitende Bewegungen des Willens zuletzt einlenken müssen Das gemeinschaftliche Ziel des Despotismus und des Priestertums ist Einförmigkeit Und Einförmigkeit ist ein notwendiges Hilfsmittel der menschlichen Armut und Beschränkung Philipp musste um so viel mehr Despot sein als sein Vater um so viel enger sein Geist war Oder mit andern Worten Er mußte sich um so viel ängstlicher an allgemeine Regeln halten Je weniger er zu den Arten und Individuen herabsteigen konnte Was folgt aus diesem allem Philipp der Zweite konnte kein höheres Anliegen haben als die gleichförmigkeit des Glaubens und der Verfassung weil er ohne diese nicht regieren konnte und doch würde er seine Regierung mit mehr Gelindigkeit und Nachsicht eröffnet haben wenn er sie früher angetreten hätte in dem Urteil daß man gewöhnlich über diesen fürsten fällt scheint man auf einen Umstand nicht genug zu achten der bei der geschichte seines geistes und herzens billig in betrachtung kommen sollte Philipp zählte beinahe dreißig jahre da er den spanischen thron bestieg und sein frühe reifer verstand hatte vor der zeit seine volljährigkeit beschleunigt ein geist wie der seinige der seine reife fühlte und mit größern hoffnungen nur allzu vertraut worden war konnte das joch der kindlichen unterwürfigkeit nicht anders als mit widerwillen tragen das überlegene genie des vaters und die willkür des alleinherrschers musste den selbstzufriedenen stolz dieses sohnes drücken der anteil den ihm jener an der reichsverwaltung gönnte war eben erheblich genug seinen geist von kleineren leidenschaften abzuziehen und den strengen ernst seines charakters zu unterhalten aber auch gerade sparsam genug sein verlangen nach der unumschränkten gewalt desto lebhafter zu entzünden als er wirklich davon besitz nahm hatte sie den reiz der neuheit für ihn verloren die süße trunkenheit eines jungen monarchen der von der höchsten gewalt überrascht wird jener freudige taumel der die seele jeder sanfteren regung öffnet und dem die menschheit schon manche wohltätige stiftung abgewann war bei ihm längst vorbei oder niemals gewesen sein sein charakter war gehärtet als ihn das glück auf diese wichtige probe stellte und seine befestigten grundsätze widerstunden dieser wohltätigen erschütterung fünfzehn jahre hatte er zeit gehabt sich zu diesem übergang anzuschicken und anstatt bei den zeichen seines neuen standes jugendlich zu verweilen oder den morgen seiner regierung im rausch einer müßigen eitelkeit zu verlieren blieb er gelassen und ernsthaft genug sogleich in den gründlichen besitz seiner macht einzutreten und durch ihren vollständigsten gebrauch ihre lange entbehrung zu rächen erstes buch philipp der zweite beherrscher der niederlande erstes buch das inquisitionsgericht von geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung dies dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox fußnoten und fremdsprachige zitate läßt der vorleser aus geschichte des abfalls der vereinigten niederlande von der spanischen regierung von friedrich von schiller erstes buch das inquisitionsgericht philipp der zweite sahel sich nicht sobald durch den frieden von chateau cambrésy im ruhigen besitz seiner reiche als er sich ganz dem großen werk der glaubensreinigung hingab und die furcht seiner niederländischen unterthanen wahrmachte die verordnungen welche sein vater gegen die ketzer hatte ergehen lassen wurden in ihrer ganzen strenge erneuert und schreckliche gerichtshöfe denen nichts als der name der inquisition fehlte wachten über ihre befolgung aber sein werk schien ihm kaum zur hälfte vollendet solange er die spanische inquisition nicht in ihrer ganzen form in diese länder verpflanzen konnte ein entwurf woran schon der kaiser gescheitert hatte eine stiftung neuer art und eigener gattung ist diese spanische inquisition die im ganzen laufe der zeiten kein vorbild findet und mit keinem geistlichen keinem weltlichen tribunal zu vergleichen steht inquisition hat es gegeben seitdem die vernunft sich an das heilige wagte seitdem es zweifler und neuerer gab aber erst um die mitte des dreizehnten jahrhunderts nachdem einige beispiele der abtrünnigkeit die hierarchie aufgeschreckt hatten baute ihr innocentius der dritte einen eigenen richterstuhl und trennte auf eine unnatürliche weise die geistliche aufsicht und unterweisung von der strafenden gewalt um desto sicherer zu sein daß kein menschengefühl und keine bestechung der natur die starre strenge ihrer statuten auflöse entzog er sie den bischöfen und der säkularischen geistlichkeit die durch die bande des bürgerlichen lebens noch zu sehr an der menschheit hing um sie mönchen zu übertragen einer abart des menschlichen namens die die heiligen triebe der natur abgeschworen dienstbaren kreaturen des römischen stuhls deutschland italien spanien portugal und frankreich empfingen sie ein franziskanermönch saß bei dem fürchterlichen urteil über die tempelherrn zu gerichte einigen wenigen staaten gelang es sie auszuschließen oder der weltlichen hoheit zu unterwerfen die niederlande waren bis zur regierung karls des fünften damit verschont geblieben ihre bischöfe übten die geistliche zensur und in außerordentlichen fällen pflegte man sich an fremde inquisitionsgerichte die französischen provinzen nach paris die deutschen nach köln zu wenden aber die inquisition welche jetzt gemeint ist kam aus dem westen von europa anders in ihrem ursprung und anders an gestalt der letzte maurische thron war im fünfzehnten jahrhundert in granada gefallen und der sarazenische gottesdienst endlich dem überlegenen glück der christen gewichen aber neu und noch wenig befestigt war das evangelium in diesem jüngsten christlichen königreich und in der trüben mischung ungleichartiger gesetze und sitten hatten sich die religionen noch nicht geschieden zwar hatte das schwert der verfolgung viele tausend familien nach afrika getrieben aber ein weit größerer teil von dem geliebten himmelsstriche der heimat gehalten kaufte sich mit dem gaukelspiel verstellter bekehrung von dieser schrecklichen notwendigkeit los und fuhr an christlichen altären fort seinem mahomed und moses zu dienen solange es seine gebete nach mekka richtete war grenada nicht unterworfen solange der neue christ im innersten seines hauses wieder zum juden und muselmann wurde war er dem thron nicht gewisser als dem römischen stuhl jetzt war es nicht damit getan dieses widerstrebende volk in die äußerliche form eines neuen glaubens zu zwingen oder es der siegenden kirche durch die schwachen bande der zeremonie anzutrauen es kam darauf an die wurzel einer alten religion auszureuten und einen hartnäckigen hang zu besiegen der durch die langsam wirkende kraft von jahrhunderten in seine sitten seine sprache seine gesetze gepflanzt worden und bei dem fortdauernden einfluss des vaterländischen bodens und himmels in ewiger übung blieb wollte die kirche einen vollständigen sieg über den feindlichen gottesdienst feiern und ihre neue eroberung vor jedem rückfalle sicherstellen so musste sie den grund selbst unterwühlen auf welchen der alte glaube gebaut war sie musste die ganze form des sittlichen charakters zerschlagen an die er aufs innigste geheftet schien in den verborgensten tiefen der seele mußte sie seine geheimen wurzeln ablösen alle seine spuren im kreise des häuslichen lebens und in der bürgerwelt auslöschen jede erinnerung an ihn absterben lassen und womöglich selbst die empfänglichkeit für seine eindrücke töten Vaterland und Familie, Gewissen und Ehre, die heiligen Gefühle der Gesellschaft und der Natur sind immer die ersten und nächsten mit denen Religionen sich mischen, von denen sie starke empfangen und denen sie sie geben Diese Verbindung musste jetzt aufgelöst Von den heiligen Gefühlen der Natur musste die alte Religion gewaltsam gerissen werden und sollte es selbst die Heiligkeit dieser Empfindungen kosten So wurde die Inquisition, die wir zum Unterschiede von den menschlicheren Gerichten, die ihren Namen führen, die spanische nennen Sie hat den Kardinal Jimenez zum Stifter Ein Dominikanermönch, Torquemada, stieg zuerst auf ihren blutigen Thron Gründete ihre Statuten und verfluchte mit diesem Vermächtnis seinen Orden auf ewig Schändung der Vernunft und Mord der Geister heißt ihr Gelübde Ihre Werkzeuge sind Schrecken und Schande Jede Leidenschaft steht in ihrem Solde Ihre Schlinge liegt in jeder Freude des Lebens Selbst die Einsamkeit ist nicht einsam für sie Die Furcht ihrer Allgegenwart hält selbst in den Tiefen der Seele die Freiheit gefesselt Alle Instinkte der Menschheit hat sie herabgestürzt unter den Glauben Ihm weichen alle Bande, die der Mensch sonst am heiligsten achtet Alle Ansprüche auf seine Gattung sind für einen Ketzer verscherzt Mit der leichtesten Untreue an der mütterlichen Kirche hat er sein Geschlecht ausgezogen Ein bescheidener Zweifel an der Unfehlbarkeit des Papst wird geahndet wie Vatermord und schändet wie Sodomie Ihre Urteile gleichen den schrecklichen Vermänten der Pest, die den gesundesten Körper in schnelle Verwesung treiben Selbst das Leblose, das einem Ketzer angehörte, ist verflucht Ihre Opfer kann kein Schicksal ihr unterschlagen An Leichen und Gemälden werden ihre Sentenzen vollstreckt Und das Grab selbst ist keine Zuflucht vor ihrem entsetzlichen Arme Die Vermessenheit ihrer Urteilssprüche kann nur von der Unmenschlichkeit übertroffen werden Womit sie dieselbe vollstrecket Indem sie Lächerliches mit fürchterlichem Part und durch die Seltsamkeit des Aufzugs die Augen belustigt Entkräftet sie den teilnehmenden Affekt durch den Kitzel eines anderen Im Spott und in der Verachtung ertränkt sie die Sympathie Mit feierlichem Pompe führt man den Verbrecher zur Richtstadt Eine rote Blutfahne weht voran Der Zusammenklang aller Glocken begleitet den Zug Zuerst kommen Priester im Meßgewande und singen ein heiliges Lied Ihnen folgt der verurteilte Sünder in ein gelbes Gewand gekleidet Worauf man schwarze Teufelsgestalten abgemalt sieht Auf dem Kopfe trägt er eine Mütze von Papier Die sich in einem Menschenfigur endigt Um welche Feuerflammen schlagen und scheußliche Dämonen herumfliegen Weggekehrt von dem Ewigverdammten wird das Bild des Gekreuzigten getragen Ihm gilt die Erlösung nicht mehr Dem Feuer gehört sein sterblicher Leib Wie den Flammen der Hölle Seine unsterbliche Seele Ein Knebel sperrt seinen Mund und verwehrt ihm Seinen Schmerz in Klagen zu lindern Das Mitleid durch seine rührende Geschichte zu wecken Und die Geheimnisse des heiligen Gerichts auszusagen An ihn schließt sich die Geistlichkeit im festlichen Ornat Die Obrigkeit und der Adel Die Väter, die ihn gerichtet haben, beschließen den schauerlichen Zug Man glaubt eine Leiche zu sehen, die zu Grabe geleitet wird Und es ist ein lebendiger Mensch, dessen Qualen jetzt das Volk so schauderhaft unterhalten sollen Gewöhnlich werden diese Hinrichtungen auf hohe Feste gerichtet Wozu man eine bestimmte Anzahl solcher Unglücklichen in den Kerkern des Heiligen Hauses zusammenspart Um durch die Menge der Opfer Die Handlung zu verherrlichen Und alsdann sind selbst die Könige zugegen Sie sitzen mit unbedecktem Haupt Auf einem niedrigeren Stuhle als der Großinquisitor Dem sie an einem solchen Tage den Rang über sich geben Und wer wird nun vor einem Tribunal nicht erzittern Neben welchem die Majestät selbst versinkt Die große Glaubensrevolution durch Luther und Calvin Brachte die Notwendigkeit wieder zurück Welche diesem Gericht seine erste Entstehung gegeben Und was anfänglich nur erfunden war Das kleine Königreich Grenada Von den schwachen Überresten der Sarazenen und Juden zu reinigen Wurde jetzt das Bedürfnis der ganzen katholischen Christenheit Alle Inquisitionen in Portugal, in Italien, Deutschland und Frankreich Nahmen die Form der Spanischen an Sie folgte den Europäern nach Indien Und errichtete in Goa ein schreckliches Tribunal Dessen unmenschliche Prozeduren Uns noch in der Beschreibung durchschauern Wohin sie ihren Fuß setzte Folgte ihr die Verwüstung Aber so wie in Spanien Hat sie in keiner andern Weltgegend gewütet Die Toten vergisst man Die sie geopfert hat Die Geschlechter der Menschen erneuern sich wieder Und auch die Länder blühen wieder Die sie verheert und entvölkert hat Aber Jahrhunderte werden hingehen Ehe ihre Spuren aus dem spanischen Charakter verschwinden Eine geistreiche, treffliche Nation Hat sie mitten auf dem Weg zur Vollendung gehalten Aus einem Himmelsstrich, worin es einheimisch war Das Genie verband Und eine Stille, wie sie auf Gräbern ruht In dem Geist eines Volkes hinterlassen Das vor vielen andern Die diesen Weltteil bewohnen Zur Freude berufen war Den ersten Inquisitor setzte Karl V. im Jahr 1522 in Brabant ein Einige Priester waren ihm als Gehilfen an die Seite gegeben Aber er selbst war ein Weltlicher Nach dem Tode Adrians des Sechsten Bestellte sein Nachfolger Klemens der Siebente Drei Inquisitoren für alle niederländischen Provinzen Und Paul III. setzte diese Zahl Wiederum bis auf zwei herunter Welche sich bis auf den Anfang der Unruhen erhielten Im Jahr 1530 wurden mit Zuziehung und Genehmigung der Stände Die Edikte gegen die Ketzer ausgeschrieben Welche allen folgenden zum Grunde liegen Und worin auch der Inquisition ausdrücklich Meldung geschieht Im Jahr 1550 sah sich Karl V. durch das schnelle Wachstum der Sekten gezwungen Diese Edikte zu erneuern und zu schärfen Und bei dieser Gelegenheit war es Wo sich die Stadt Antwerpen der Inquisition widersetzte Und ihr auch glücklich entging Aber der Geist dieser niederländischen Inquisition War nach dem Genius des Landes Menschlicher als in den spanischen Reichen Und noch hatte sie kein Ausländer Noch weniger ein Dominikaner verwaltet Zur Richtschnur dienten ihr die Edikte Welche jedermann kannte Und eben darum fand man sie weniger anstößig Weil sie, so streng sie auch richtete Doch der Willkür weniger unterworfen schien Und sich nicht, wie die spanische Inquisition In Geheimnis hüllte Aber eben dieser Letztern Wollte Philipp einen Weg in die Niederlande bahnen Weil sie ihm das geschickteste Werkzeug zu sein schien Den Geist dieses Volkes zu verderben Und für eine despotische Regierung zuzubereiten Er fing damit an, die Glaubensverordnungen Seines Vaters zu schärfen Die Gewalt der Inquisitoren Je mehr und mehr auszudehnen Ihr Verfahren willkürlicher Und von der bürgerlichen Gerichtsbarkeit Unabhängiger zu machen Bald fehlte dem Tribunale Zu der spanischen Inquisition Wenig mehr als der Name und Dominikaner Bloßer Verdacht war genug Einen Bürger aus dem Schoß der öffentlichen Ruhe Aus dem Kreis seiner Familie herauszustehlen Und das schwächste Zeugnis Berechtigte zur Folterung Wer in diesen Schlund hinabfiel Kam nicht wieder Alle Wohltaten der Gesetze Hörten ihm auf Ihn meinte die mütterliche Sorge Der Gerechtigkeit nicht mehr Jenseits der Welt Richteten ihn Bosheit und Wahnsinn Nach Gesetzen Die für Menschen nicht gelten Nie erfuhr der Delinquent Seinen Kläger Und sehr selten sein Verbrechen Ein ruchloser, teufelischer Kunstgriff Der den unglücklichen Zwang Auf seine Verschuldung zu raten Und im Wahnwitz der Folterpein Oder im Überdruß einer langen, lebendigen Beerdigung Vergehungen auszusagen Die vielleicht nie begangen Oder dem Richter doch nie bekannt worden waren Die Güter der Verurteilten wurden eingezogen Und die Angeber durch Gnadenbriefe und Belohnungen ermuntert Kein Privilegium Keine bürgerliche Gerechtigkeit Galt gegen die heilige Gewalt Wen sie berührte Den hatte der weltliche Arm verloren Diesem war kein weiterer Anteil An ihrer Gerichtspflege verstattet Als mit eher erbietiger Unterwerfung Ihre Sentenzen zu vollstrecken Die Folgen dieses Instituts mussten unnatürlich Und schrecklich sein Das ganze zeitliche Glück Selbst das Leben des unbescholtenen Mannes War nunmehr in die Hände Eines jeden Nichtswürdigen gegeben Jeder verborgene Feind Jeder Neider Hatte jetzt die gefährliche Lockung Einer unsichtbaren und unfehlbaren Rache Die Sicherheit des Eigentums Die Wahrheit des Umgangs War dahin Alle Bande des Gewinns waren aufgelöst Alle des Bluts und der Liebe Ein ansteckendes Misstrauen vergiftete das gesellige Leben Die gefürchtete Gegenwart eines Lauschers Erschreckte den Blick im Auge Und den Klang in der Kehle Man glaubte an keinen redlichen Mann mehr Und galt auch für keinen Guter Name, Landsmannschaften, Verbrüderungen, Eide selbst Und alles, was Menschen für heilig achten War in seinem Werte gefallen Diesem Schicksale unterwarf man eine große blühende Handelsstadt Wo hunderttausend geschäftige Menschen Durch das einzige Band des Vertrauens zusammenhalten Jeder unentbehrlich für jeden Und jeder zweideutig verdächtig Alle durch den Geist der Gewinnsucht An einander gezogen Und auseinander geworfen Durch Furcht Alle Grundsäulen der Geselligkeit umgerissen Wo Geselligkeit der Grund Alles Lebens und aller Dauer ist Erstes Buch Das Inquisitionsgericht Erstes Buch Andere Eingriffe in die Constitution der Niederlande Von Geschichte des Abfalls Der Vereinigten Niederlande Von der spanischen Regierung Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei Und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen Und Hinweise zur Beteiligung An diesem Projekt Gibt es bei LibriVox Fußnoten und fremdsprachige Zitate Läßt der Vorleser aus Geschichte des Abfalls Der Vereinigten Niederlande Von der spanischen Regierung Von Friedrich von Schiller Erstes Buch Andere Eingriffe in die Constitution der Niederlande Kein Wunder, dass ein so unnatürliches Gericht Das selbst dem duldsameren Geist Der Spanier unerträglich gewesen war Einen Freistaat empörte Aber den Schrecken, den es einflößte Vermehrte Vermehrte die spanische Kriegsmacht Die auch nach Wiederhergestelltem Frieden Beibehalten wurde Und Der Reichskonstitution Zuwider Die Grenzstädte Anfüllte Karl dem Fünften Hatte man diese Einführung Fremder Armeen vergeben Weil man ihre Notwendigkeit einsah Und mehr auf seine guten Gesinnungen baute Jetzt erblickte man in diesen Truppen Nur die fürchterlichen Zurüstungen Der Unterdrückung Und die Werkzeuge Einer verhaßten Hierarchie Eine ansehnliche Reuterei Von Eingebornen errichtet War zum Schutze des Landes hinreichend Und machte diese Ausländer entbehrlich Die Zügellosigkeit und Raubsucht Dieser Spanier Die noch große Rückstände Zu fordern hatten Und sich auf Unkosten Des Bürgers Bezahlt machten Vollendeten Die Erbitterung Des Volkes Und brachten Den gemeinen Mann Zur Verzweiflung Als nachher Das allgemeine Murren Die Regierung bewog Sie von den Grenzen Zusammenzuziehen Und in die Seeländischen Inseln Zu verlegen Wo die Schiffe Zu ihrer Abfahrt Ausgerüstet wurden Ging ihre Vermessenheit So weit Dass die Einwohner Aufhörten An den Dämmen Zu arbeiten Und ihr Vaterland Lieber dem Meer Überlassen wollten Als länger von dem Viehischen Mutwillen Dieser Rasenden Bande Leiden Sehr gerne Hätte Philipp Diese Spanier Im Lande Behalten Um durch Durch sie Seinen Edikten Mehr Kraft Zu geben Und die Neuerungen Zu unterstützen Die er in der Niederländischen Verfassung Zu machen Gesonnen war Sie waren ihm Gleichsam die Gewehrsmänner Der allgemeinen Ruhe Und eine Kette An der er Die Nation Gefangen Hielt Deswegen Ließ er Nichts Unversucht Dem Anhaltenden Zudringen Der Reichsstände Auszuweichen Welche Diese Spanier Entfernt Wissen Wollten Und Erschöpfte Bei Dieser Gelegenheit Alle Hilfsmittel Der Schikane Und Überredung Bald Fürchtet Er Einen Plötzlichen Überfall Frankreichs Das Von Wütenden Faktionen Zerrissen Sich Gegen Einen Einheimischen Feind Kaum Behaupten Kann Bald Sollen Sie Seinen Sohn Don Carlos An Der Grenze In Empfang Nehmen Den Er Nie Willens War Aus Kastilien Zu Lassen Ihre Unterhaltung Soll Der Nation Nicht Zur Last Fallen Er Selbst Will Aus Seiner Eignen Schatulle Alle Kosten Davon Bestreiten Um 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 sie Mit Desto Besserm Scheine Dazu Behalten Hielt Er Ihnen Mit Fleiß Ihren Rückständigen Sollt Zurück Da er Sie Doch Sonst Den Einheimischen Truppen Die Er Völlig Befriedigte Gewiss Würde Vorgezogen Haben Die Furcht Der Nation Einzuschläfern Und Den Allgemeinen Unwillen Zu Versöhnen Bot Er Den Beiden Lieblingen Des Volkes Dem Prinzen Von Oranien Und Dem Grafen Von Egmont Den Oberbefehl Über Diese Truppen An Beide Aber Schlugen Seinen Antrag Aus Mit Der Edelmütigen Erklärung Dass Sie Sich Nie Entschließen Würden Gegen Die Gesetze Des Landes Zu Dienen Je Mehr Begierde Der König Blicken Lies Seine Spanier Im Lande Zu Lassen Desto Hartnäckiger Bestunden Die Staaten Auf ihrer Entfernung In Dem Darauf Folgenden Reichstag Zu Gent Musste Er Mitten Im Kreis Seiner Höflinge Eine Republikanische Wahrheit Hören Wozu Fremde Hände Zu Unserem Schutze Sagte Ihm Der Syndikus Von Gent Etwa Damit Uns Die Übrige Welt Für Zu Leichtsinnig Oder Gar Für Zu Blödsinnig Halte Uns Selbst Zu Verteidigen Warum Haben Wir Frieden Geschlossen Wenn Uns Die Lasten Des Kriegs Auch Im Frieden Drücken Im Kriege Schärfte Die Notwendigkeit Unsere Geduld In In Ruhe Unterliegen Wir Seinen Leiden Oder Werden Wir Diese Ausgelassene Bande In Ordnung Halten Da Deine Eigene Gegenwart Nicht So Viel Vermocht Hat Hier Stehen Deine Untertanen Aus Cambry Und Antwerpen Und Schreien Über Gewalt Thionville Und Marienburg Liegen Wüste Und Darum Hast Du Uns Doch Nicht Frieden Gegeben Dass Unsere Städte Zu Einöden Werden Wie Sie Notwendig Werden Müssen Wenn Du Sie Nicht Von Diesen Zerstörern Erlösest Vielleicht Willst Du Dich Gegen Überfall Unserer Nachbarn Verwahren Diese Vorsicht Ist Weise Aber Das Gerücht Ihrer Rüstung Wird Lange Zeit Ihren Waffen Voraneilen Warum Mit Schweren Kosten Fremdlinge Mieten Die Ein Land Nicht Schonen Werden Dass Sie Morgen Wieder Verlassen Müssen Noch Stehen Tapfere Niederländer Zu Deinen Diensten Denen Dein Vater In Weit Stürmischeren Zeiten Die Republik Anvertraute Warum Willst Du Jetzt Ihre Treue Bezweifeln Die Sie So Viele Jahrhunderte Lang Deinen Vorfahren Unverletzt Gehalten Haben Sollten Sie Nicht Vermögend Sein Den Krieg So Lange Hinzuhalten Bis Deine Bundesgenossen Unter Ihre Fahnen Eilen Oder Du Selbst Aus Der Nachbarschaft Hilfe Sendest Diese Sprache War Dem König Zu Neu Und Ihre Wahrheit Zu Einleuchtend Als Dass Er Sie So Gleich Hätte Beantworten Können Ich Bin Auch Ein Ausländer Rief Er Endlich Will Man Nicht Lieber Gar Mich Selbst Aus Dem Lande Jagen Zugleich Stieg Er Vom Throne Und Verließ Die Versammlung Aber Dem Sprecher War Seine Kühnheit Vergeben Zwei Tage Darauf Ließ Er Den Ständen Die Erklärung Tun Wenn Er Früher Gewusst Hätte Dass Diese Truppen Ihnen Zur Last Fielen So Würde Er Schon Anstalt Gemacht Haben Sie Gleich Selbst Mit Nach Spanien Zu Nehmen Jetzt Wäre Dieses Freilich Zu Spät Weil Sie Unbezahlt Nicht Abreisen Würden Doch Verspreche Er Ihnen Auf Das Heiligste Dass Diese Last Sie Nicht Über Vier Monate Mehr Drücken Sollte Nichts Desto Weniger Blieben Diese Truppen Statt Dieser Vier Monathe Noch Achtzehn Im Lande Und Würden Es Vielleicht Noch Später Verlassen Haben Wenn Das Bedürfniß Des Reichs Sie In Einer Ander Andern Welt Gegend Nicht Nötiger Gemacht Hätte Die Gewalttätige Einführung Fremder In Die Wichtigsten Ämter Des Landes Veranlaßte Neue Klagen Gegen Die Regierung Von Allen Vorrechten Der Provinzen War Keines Den Spaniern So Anstößig Als Dieses Welches Fremdlinge Von Bedienungen Ausschließt Und Keines Hatten Sie Eifriger Zu Untergraben Gesucht Italien Beide Indien Und Alle Provinzen Dieser Ungeheuern Monarchie Waren Ihre Habsucht Und Ihrem Ehrgeiz Geöffnet Nur Von Der Reichsten Unter Allen Schloß Sie Ein Unerbittliches Grundgesetz Aus Man Überzeugte Den Monarchen Dass Die Königliche Gewalt In Diesen Ländern Nie Würde Befestigt Werden Können Solange Sie Sich Nicht Fremder Werkzeuge Dazu Bedienen Dürfte Schon Der Bischof Von Arras Ein Burgunder Von Geburt War Den Flamendern Widerrechtlich Aufgedrungen Worden Und Jetzt Sollte Auch Der Graf Von Feria Ein Kastellianer Sitz Und Stimme Im Staatsrat Erhalten Aber Diese Unternehmung Fand Einen Herzhaftern Widerstand Als Die Schmeichler Des Königs Ihn Hatten Erwarten Lassen Und Seine Despotische Allmacht Scheiterte Diesmal An Den Künsten Wilhelms Von Oranien Und Der Festigkeit Der Staaten Erstes Buch Andere Eingriffe In die Konstitution Der Niederlande Erstes Buch Wilhelm von Oranien Und Graf von Egmont Von Geschichte Des Abfalls Der Vereinigten Niederlande Von Der Spanischen Regierung Dies Ist Eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen Sind Lizenzfrei Und In Öffentlichem Besitz Weitere Informationen Und Hinweise Zur Beteiligung An Diesem Projekt Gibt Es Bei LibriVox Punkt Org Fußnoten Und Fremdsprachige Zitate Lässt Der Vorleser Aus Geschichte Des Abfalls Der Vereinigten Niederlande Von Der Spanischen Regierung Von Friedrich Von Schiller Erstes Buch Wilhelm Von Oranien Und Graf Von Egmont So Sein Sein Despotischer Geist An Den Gesetzen Der Freiheit So Ungestüme Erinnerer Fand Der Friede Mit Frankreich Erlaubte Ihm Endlich Diese Entfernung Die Rüstungen Solimans Zogen Ihn Nach Dem Süden Und Auch Spanien Fing An Seinen Herrn Zu Vermissen Die Wahl Eines Obersten Stadthalters Für Die Niederlande War Die Hauptangelegenheit Die Ihn Jetzt Noch Beschäftigte Herzog Emanuel Filibert Von Savoyen Hatte Seit Der Abdankung Der Königin Maria Von Ungarn Diese Stelle Bekleidet Welche Aber Solange Der König In Den Niederlanden Selbst Anwesend War Mehr Ehre Als Wirklichen Einfluß Gab Seine Abwesenheit Machte Sie Zu Dem Wichtigsten Amt In Der Monarchie Und Dem Glänzendsten Ziele Wornach Der Ehrgeiz Eines Bürgers Nur Streben Konnte Jetzt Stand Sie Durch Die Entfernung Des Herzogs Erledigt Den Der Friede Von Chateau Cambrésie Wieder In Den Besitz Seiner Lande Gesetzt Hatte Die Die Beinahe Unumschränkte Gewalt Welche Dem Oberstatthalter Verliehen Werden Mußte Die Fähigkeiten Und Kenntnisse Die Ein So Ausgedehnter Und Delikater Posten Erforderte Vorzüglich Aber Die Gewagten Anschläge Der Regierung Auf Die Freiheit Des Landes Deren Ausführung Von Ihm Abhängen Sollte Mussten Notwendig Diese Wahl Erschweren Das Gesetz Welches Jeden Ausländer Von Bedienungen Entfernt Macht Bei Dem Oberstatthalter Eine Ausnahme Da Er Nicht Aus Allen Siebenzehn Provinzen Zugleich Gebürtig Sein Kann So Ist Es Ihm Erlaubt Keiner Von Allen Anzugehören Denn Die Eifersucht Eines Brabanters Wurde Einem Flamender Der Eine Halbe Meile Von Seiner Grenze Zu Hause Wäre Kein Größeres Recht Dazu Einräumen Als Dem Sicilianer Der Eine Andre Erde Und Einen Andern Himmel Hat Hier Aber Schien Der Vorteil Der Krone Selbst Einen Niederländischen Bürger Zu Begünstigen Ein Geborner Brabanter Zum Beispiel Dessen Vaterland Sich Mit Uneingeschränkterem Vertrauen Ihm Überlieferte Konnte Konnte Wenn Er Ein Verräter War Den Tödlichen Streich Schon Zur Hälfte Getan Haben Ehe Ein Ausländer Das Misstrauen Überwand Das Über Seine Geringfügigsten Handlungen Wachte Hatte Die Regierung In Einer Provinz Ihre Absichten Durchgesetzt So War Die Widersetzung Der Übrigen Eine Kühnheit Die Sie Auf Das Strengste Zu Ahnden Berechtigt War In Dem Gemeinschaftlichen Ganzen Welches Die Provinzen Jetzt Ausmachten Waren Ihre Individuellen Verfassungen Gleichsam Untergegangen Der Gehorsam Einer Einzigen War Ein Gesetz Für Jede Und Das Vorrecht Welches Eine Nicht Zu Bewahren Wußte War Für Alle Andere Verloren Unter Den Niederländischen Großen Die Auf Die Oberstatthalterschaft Anspruch Machen Konnten Waren Die Erwartungen Und Wünsche Der Nation Zwischen Dem Grafen Von Egmont Und Dem Prinzen Von Oranien Getheilt Welche Durch Gleich Liebe 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 Des Volkes Zu Diesem Posten Willkommen Waren Beide Hatte Ein Glänzender Rang Zunächst An Den Thron Gestellt Und Und Wenn Das Auge Des Monarchen Zuerst Unter Den Würdigsten Suchte So Mußte Es Notwendig Auf Einen Von Diesen Beiden Fallen Da Wir In Der Folge Dieser Geschichte Beide Namen Oft Werden Nennen Müssen So Kann Die Aufmerksamkeit Des Lesers Nicht Frühe Genug Auf Sie Gezogen Werden Wilhelm Der Erste Prinz Von Oranien Stammte Aus Dem Deutschen Fürstenhause Nassau Welches Schon Acht Jahrhunderte Geblüht Mit Dem Österreichischen Eine Zeitlang Um Den Vorzug Gerungen Und Dem Deutschen Reich Einen Kaiser Gegeben Hatte Außer Verschiedenen Reichen Ländereien In Den Niederlanden Die Ihn Zu Einem Bürger Dieses Staats Und Einem Gebornen Vasallen Spaniens Machten Besaß Er In Frankreich Noch Das Unabhängige Fürstentum Oranien Wilhelm Wart Im Jahr 1533 Zu Dillenburg In Der Grafschaft Nassau Von Einer Gräfin Stolberg Geboren Sein Vater Der Graf Von Nassau Des Selben Namens Hatte Die Protestantische Religion Angenommen Worin Er 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 Der Der dem Knaben Schon Frühzeitig Wohl wollte Nahm ihn Sehr Jung An Seinen Hof Und Lies ihn In Der Römischen Aufwachsen Dieser Monarch Der In dem Kinde Den Künftigen Großen Mann Schon Erkannte Behielt ihn Neun Jahre Um Seine Person Würdigte ihn Seines Eignen Unterrichts In Regierungsgeschäften Und Ehrte ihn Durch Ein Vertrauen Welches Über Seine Jahre Ging Ihm Allein War Es Erlaubt Um Den Kaiser Zu Bleiben Wenn Er Fremden Gesandten Audienz Gab Ein Beweis Dass Er Als Knabe Schon Angefangen Haben Musste Den Ruhmvollen Beinamen Des Verschwiegenen Zu Verdienen Der Kaiser Errötete Sogar Nicht Einmal Öffentlich Zu Gestehen Dass Dieser Junge Mensch Ihm Öfters Anschläge Gebe Die Seiner Eignen Klugheit Würden Entgangen Sein Welche Erwartungen Erwartungen Konnte Man Nicht Von Dem Geist Eines Mannes Hegen Der In Einer Solchen Schule Gebildet War Wilhelm Wilhelm War 23 Jahre alt Als Karl Die Regierung Niederlegte Und Hatte Schon Zwei Öffentliche Beweise Der Höchsten Achtung Von Ihm Erhalten Ihm Übertrug Er Mit Ausschließung Aller Großen Seines Hofs Das Ehrenvolle Amt Seinem Bruder Ferdinand Die Kaiserkrone Zu Überbringen Als Der Herzog Von Savoyen Der Die Kaiserliche Armee In Den Niederlanden Kommandierte Von Seinen Eigenen Landes Angelegenheiten Nach Italien Abgerufen Wart Vertraute Der Kaiser Ihm Den Oberbefehl Über Diese Truppen An Gegen Die Vorstellungen Seines Ganzen Kriegs Rats Denen Es Allzu Gewagt Schien Den Erfahrenen Französischen Feldherren Einen Jüngling Entgegen 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 Setzen Abwesend Und Von Niemand Empfohlen Zog Ihn Der Monarch Der Lorbeer Vollen Schar Seiner Helden Vor Und Der Ausgang Ließ Ihn Seine Wahl Nicht Bereuen Die Vorzügliche Gunst In Welcher Dieser Prinz Bei dem Vater Gestanden Hatte Wäre Allein Schon Ein Wichtiger Grund Gewesen ihn Von Von Dem Vertrauen Seines Sohns Auszuschließen Philipp Scheint Es Hatte Es Sich Zum Gesetz Gemacht Den Spanischen Adel An Dem Niederländischen Wegen Des Vorzugs Zu Rächen Wodurch Karl Der Fünfte Diesen Letztern Stets Unterschieden Hatte Aber Wichtiger Waren Die Geheimen Beweggründe Die Ihn Von Dem Prinzen Entfernten Wilhelm Von Oranien Gehörte Zu Den Hagern Und Blassen Menschen Wie Cäsar Sie Nennt Die Des Nachts Nicht Schlafen Und Zu Viel Denken Vor Denen Das Furchtloseste Aller Gemüter Gewankt Hat Die Stille Ruhe Eines Immergleichen Gesichts Verbarg Eine Geschäftige Feurige Seele Die Auch Die Hülle Hinter Welcher Sie Schuf Nicht Bewegte Und Der List Und Der Liebe Gleich Unbetretbar War Einen Vielfachen Fruchtbaren Nie Ermüdenden Geist Weich Und Bildsam Genug Augenblicklich In Alle Formen Zu Schmelzen Bewährt Genug In Keiner Sich Selbst Zu Verlieren Stark Genug Jeden Glückswechsel Zu Ertragen Menschen Menschen Zu Durch Schauen Und Herzen Zu Gewinnen War Kein Größerer Meister Als Wilhelm Nicht Dass Er Nach Der Weise Des Hofs Seine Lippen Eine Knechtschaft Bekennen Lies Die Das Stolze Herz Lügen Strafte Sondern Weil Er Mit Den Merkmalen Seiner Gunst Und Verehrung Weder Karg Noch Verschwenderisch War Und Durch Eine Kluge Wirtschaft Mit Demjenigen Wodurch Man Menschen Verbindet Seinen Wirklichen Vorrat An Diesen Mitteln Vermehrte So Langsam Geist Gebar So Vollendet Waren Seine Früchte So Spät Sein Entschluß Reifte So Standhaft Und Unerschütterlich Wart Er Vollstreckt Den Plan Dem Er Einmal Als Dem Ersten Gehuldigt Hatte Konnte Kein Widerstand Ermüden Keine Zufälle Zerstören Denn Alle Hatten Noch Ehe Sie Wirklich Eintraten Vor Seiner Seele Gestanden So Sehr Sein Gemüt Über Schrecken Und Freude Erhaben War So Unterworfen War Es Der Furcht Aber Seine Furcht War Früher Da Als Die Gefahr Und Er War Ruhig Im Tumult Weil Er In Der Ruhe Gezittert Hatte Wilhelm Zerstreute Sein Gold Mit Verschwendung Aber Er Geizte Mit Sekunden Die Stunde Der Tafel War Seine Einzige Feierstunde Aber Diese Gehörte Seinem Herzen Auch Ganz Seiner Familie Und Der Freundschaft Ein Bescheidener Abzug Den Er Dem Vaterland Machte Hier Verklärte Sich Seine Stirne Beim Wein Den Ihm Fröhlicher Mut Und Enthaltsamkeit Würzten Und Die Ernste Sorge Durfte Hier Die Juvialität Seines Geistes Nicht Umwölken Sein Hauswesen War Prächtig Der Glanz Einer Zahlreichen Dienerschaft Die Menge Und Das Ansehen Derer Die Seine Person Umgaben Machten Seinen Wohnsitz Einem Souveränen Fürstenhofe Gleich Eine Glänzende Gastfreiheit Das Große Zaubermittel Der Demagogen War Die Göttin Seines Palastes Fremde Fremde Prinzen Und Gesandten Fanden Hier Eine Aufnahme Und Bewirtung Die Alles Übertraf Was Das Üppige Belgien Ihnen Anbieten Konnte Eine Demütige Unterwürfigkeit Gegen Die Regierung Kaufte Den Tadel Und Verdacht Wieder Ab Den Dieser Aufwand Auf Seine Absichten Werfen Konnte Aber Diese Verschwendungen Unterhielten Den Glanz Seines Namens Bei dem Volk Dem Nichts Mehr Schmeichelt Als Die Schätze Des Vaterlands Vor Fremdlingen Ausgestellt Zu Sehen Und Der Hohe Gipfel Des Glücks Worauf Er Gesehen Wurde Erhöhte Den Wert Der Leutseligkeit Zu Der Er Herabstieg Niemand War Wohl Mehr Zum Führer Einer Verschwörung Geboren Als Wilhelm Der Verschwiegene Ein Durchdringender Fester Blick In Die Vergangene Zeit Die Gegenwart Und Die Zukunft Schnelle Besitznehmung Der Gelegenheit Eine Obergewalt Über Alle Geister Ungeheure Entwürfe Die Nur Dem Weit Entlegenen Betrachter Gestalt Und Ebenmaß Zeigen Kühne Berechnungen Die An An Langen Kette Der Zukunft Hinunterspinnen Standen Unter Der Aufsicht Einer Erleuchteten Und Freieren Tugend Die Mit Festem Tritt Auch Auch Auf Der Grenze Noch Wandelt Ein Mensch Wie Dieser Konnte Seinem Ganzen Zeitalter Undurchdringlich Bleiben Aber Nicht Dem Misstrauischsten Geist Seines Jahrhunderts Philipp Der Zweite Schaute Schnell Und Tief In Einen Charakter Der Unter Den Gutartigen Seinem Eignen Am Ähnlichsten War Hätte Er Ihn Nicht So Vollkommen Durchschaut So Wäre Es Unerklärbar Wie Er Einem Menschen Sein Vertrauen Nicht Geschenkt Haben Sollte In Welchem Sich Beinahe Alle Eigenschaften Vereinigten Die Er Am Höchsten Schätzte Und Am Besten Würdigen Konnte Aber Wilhelm Hatte Noch Einen Andern Berührungspunkt Mit Philipp Dem Zweiten Welcher Wichtiger War Er Hatte Seine Staatskunst Bei Dem Selben Meister Gelernt Und War Wie Zu Fürchten Stand Ein Fähigerer Schüler Gewesen Nicht Nicht Weil Er Den Fürsten Des Machiavell Zu Seinem Studium Gemacht Sondern Weil Er Den Lebendigen Unterricht Eines Monarchen Genossen Hatte Der Jenen In Ausübung Brachte War Er Mit Den Gefährlichen Künsten Bekannt Worden Durch Welche Throne Fallen Und Steigen Philipp Hatte Hier Mit Einem Gegner Zu Tun Der Auf Seine Staatskunst Gerüstet War Und Dem Bei Einer Guten Sache Auch Die Hilfsmittel Der Schlimmen Zu Gebote Standen Und Eben Dieser Letztere Umstand Erklärt Uns Warum Er Unter Allen Gleichzeitigen Sterblichen Diesen Am Unversöhnlichsten Haßte Und So Unnatürlich Fürchtete Den Argwohn Welchen Man Bereits Gegen Den Prinzen Gefaßt Hatte Vermehrte Die Zweideutige Meinung Von Seiner Religion Wilhelm Glaubte An Den Papst Solange Der Kaiser Sein Wohltäter Lebte Aber Aber Man Fürchtete Mit Grund Dass Ihn Die Vorliebe Die Seinem Jungen Herzen Für Die Verbesserte Lehre Gegeben worden Nie Nie Ganz Verlassen Habe Welche Kirche Er Auch In Gewissen Perioden Seines Lebens Mag Vorgezogen Haben So Hätte Sich Jede Damit Beruhigen Können Dass Ihn Keine Einzige Ganz Gehabt Hat Wir Sehen Ihn In Spätern Jahren Beinahe Mit Ebenso Wenigem Bedenken Zum Calvinismus Übergehen Als Er In Früher Kindheit Die Lutherische Religion Für Die Römische Verließ Gegen Die Spanische Tyrannei Verteidigte Er Mehr Die Menschenrechte Der Protestanten Als Ihre Meinungen Nicht Ihr Glaube Ihre Leiden Hatten Ihn Zu Ihrem Bruder Gemacht Diese Allgemeinen Gründe Des Misstrauens Schienen Durch Eine Entdeckung Gerechtfertigt Zu Werden Welche Der Zufall Über Seine Wahren Gesinnungen Darbot Wilhelm War Als Geisel Des Friedens Von Chateau Cambrésy An Dessen Stiftung Er Mit Gearbeitet Hatte In Frankreich Zurück Geblieben Geblieben Und Hatte Durch Die Unvorsichtigkeit Heinrichs Eilte Der Prinz Seinen Freunden In Brüssel Die Sie So Nah Anging Mit Zutheilen Und Die Briefe Die Er Darüber Wechselte Fielen Unglücklicher Weise Dem König Von Spanien In Die Hände Philipp Würde Von Diesem Entscheidenden Aufschluß Über Wilhelms Gesinnungen Weniger Überrascht Als Über Die Zerstörung Seines Anschlags Entrüstet Aber Die Spanischen Großen Die Dem Prinzen Jenen Augenblick Noch Nicht Vergessen Hatten Wo Der Größte Der Kaiser Im Letzten Akt Seines Lebens Auf Seinen Schultern Ruhete Versäumten Diese Günstige Gelegenheit Nicht Den Verräter Eines Staatsgeheimnisses Endlich Ganz In Der Guten Meinung Ihres Königs Zu Stürzen Nicht Minder Edlen Stammes Als Wilhelm War Lamoral Graf Von Egmont Und Prinz Von Gavre Ein Abkömmling Der Herzoge Von Geldern Deren Kriegerischer Mut Die Waffen Des Hauses Österreich Ermüdet Hatte Sein Sein Geschlecht Glänzte In Den Annalen Des Landes Einer Von Seinen Vorfahren Hatte Schon Unter Maximilian Die Stadthalterschaft Über Holland Verwaltet Egmonts Vermählung Mit Der Herzogin Sabina Von Bayern Erhöhte Noch Den Glanz Seiner Geburt Und Machte Ihn Durch Wichtige Verbindungen Mächtig Karl Der Fünfte Hatte Ihn Im Jahre 1546 In Utrecht Zum Ritter Des Goldenen Vlieses Geschlagen Die Kriege Dieses Kaisers Waren Die Schule Seines Künftigen Ruhms Und Die Schlachten Bei Sanquentin Und Gravelingen Machten Ihn Zum Helden Seines Jahrhunderts Jede Wohltat Des Friedens Den Handelnde Völker Am Dankbarsten Fühlen Brachte Das Gedächtniß Der Siege Zurück Durch Die Er Beschleunigt Worden Und Der Flämische Stolz Machte Sich Wie Eine Eitle Mutter Mit Dem Herrlichen Sohne Des Landes Groß Der Ganz Europa Mit seiner Bewunderung Erfüllte Neun Kinder Die Unter Den Augen Seiner Mitbürger Aufblühten Vervielfältigten Jedes Jedes Auge Das Auf ihn Geheftet War Erzählte Sein Leben In Der Ruhmredigkeit Seiner Kriegsgefährten Lebten Seine Thaten Ihren Kindern Hatten Ihn Die Mütter Bei Ritterlichen Spielen Gezeigt Höflichkeit Edler Anstand Und Leutseligkeit Die Liebenswürdigen Tugenden Der Ritterschaft Schmückten Mit Grazie Sein Verdienst Auf Einer Freien Stirn Erschien Seine Freie Seele Seine Offenherzigkeit Verwaltete Seine Geheimnisse Nicht Besser Als Seine Wohltätigkeit Seine Güter Und Ein Gedanke Gehörte Allen Sobald Er Sein War Sanft Und Menschlich War Seine Religion Aber Wenig Geläutert Weil Sie Von Seinem Herzen Und Nicht Von Seinem Verstande Ihr Licht Empfing Egmont Böse 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 Gut Und Hatten Nicht Böses Oder Gutes In Seiner Sittenleere Fand 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 Zwischen Laster Und Tugend Keine Vermittlung Statt Darum Entschied Bei ihm Oft Eine Einzige Gute Seite Für Den Mann Egmont Vereinigte Alle Vorzüge Die Den Helden Bilden Er War Ein Besserer Soldat Als Oranien Aber Als Staatsmann Tief Unter Ihm Dieser Sahe Die Welt Wie Sie Wirklich War Egmont In Dem Magischen Spiegel Einer Verschönernden Fantasie Menschen Die Das Glück Mit Einem Lohn Überraschte Zu Welchem Sie Keinen Natürlichen Grund In Ihren Handlungen Finden Werden Sehr Leicht Versucht Den Notwendigen Zusammenhang Zwischen Ursache Und Wirkung Überhaupt Zu Verlernen Und In Die Natürliche Folge Der Dinge Jene Höhere Wunderkraft Einzuschalten Der Sie Endlich Toll Dreist Wie Cäsar Seinem Glücke Vertrauen Von Diesen Menschen War egmont Trunken Von Verdiensten Welche Die Dankbarkeit Gegen Ihn Übertrieben Hatte Taumelte Taumelte Er In Diesem Süßen Bewußtsein Wie In Einer Lieblichen Traumwelt Dahin Er Fürchtete Nichts Weil Er Dem Unsichern Fande Vertraute Daß Ihm Das Schicksal In Der Allgemeinen Liebe Gegeben Und Glaubte An Gerechtigkeit Weil Er Glücklich War Selbst Die Schrecklichste Erfahrung Des Spanischen Meineids Konnte Nachher Diese Zuversicht Nicht Aus Seiner Seele Vertilgen Und Auf Dem Blutgerüste Selbst War Hoffnung Sein Letztes Gefühl Eine Zärtliche Furcht Für Seine Familie Hielt Seinen Patriotischen Mut An Kleinern Pflichten Gefangen Weil Er Für Eigentum Und Leben Zu Zittern Hatte Konnte Er Für Die Republik Nicht Viel Wagen Wilhelm Von Oranien Brach Mit Dem Thron Weil Die Willkürliche Gewalt Seinen Stolz Empörte Egmont War Eitel Darum Legte Er Einen Wert Auf Monarchen Gnade Jener War Ein Bürger Der Welt Egmont Ist Nie Mehr Als Ein Fläminger Gewesen Philipp Philipp Der Zweite Stand Noch In Der Schuld Des Siegers Bei Saint Quentin Und Die Oberstatthalterschaft Der Niederlande Schien Die Einzig Würdige Belohnung So Glänzender Verdienste Zu Sein Geburt Und Ansehen Die Stimme Der Nation Und Persönliche Fähigkeiten Sprachen So laut Für Egmont Als Für Oranien Und Wenn Dieser Übergangen Wurde So Konnte Jener Allein ihn Verdrängt Haben Zwei Mitbewerber Von So Gleichem Verdienst Hätten Philipp Bei Seiner Wahl Verlegen Machen Können Wenn Es Ihm Je In Den Sinn Gekommen Wäre Sich Für Einen Von Beiden Zu Bestimmen Aber Eben Die Vorzüge Mit Welchen Sie Ihr Recht Darauf Unterstützten Waren Es Was Sie Ausschloss Und Gerade Durch Diese Feurigen Wünsche Der Nation Für Ihre Erhebung Hatten Sie Ihre Ansprüche Auf Diesen Posten Unwiderruflich Verwirkt Philipp Konnte In Den Niederlanden Keinen Stadthalter Brauchen Dem Der Gute Wille Und Die Kraft Des Volkes Zu Gebote Stand Egmonts Abkunft Von Den Geldrischen Herzogen Machte Ihn Zu Einem Gebornen Feinde Des Spanischen Hauses Und Die Höchste Gewalt Schien In Den Händen Eines Mannes Gefährlich Dem Es Einfallen Konnte Die Unterdrückung Seines Ahnherrn An Dem Sohne Des Unterdrückers Zu Rächen Die Hint Ansetzung Ihrer Lieblinge Konnte Weder Die Nation Noch Sie Selbst Beleidigen Denn Der König Hieß Es Übergehe Beide Weil Er Keinen Vorziehen Möge Die Fehlgeschlagene Erwartung Der Regentschaft Benahm Dem Prinzen Von Oranien Die Hoffnung Noch Nicht Ganz Seinen Einfluß In Den Niederlanden Fester Zu Gründen Unter Den Übrigen Welche Zu Diesem Amt In Vorschlag Gebracht Wurden War Auch Christina Herzogin Von Lothringen Und Mume Des Königs Die Sich Als Mittlerin Des Friedens Von Chateau Cambresy Ein Glänzendes Verdienst Um Die Krone Erworben Hatte Wilhelm Hatte Absichten Auf Ihre Tochter Die Er Durch Eine Tätige Verwendung Für Die Mutter Zu Befördern Hoffte Aber Er Er Überlegte Nicht Dass Er Eben Dadurch Ihre Sache Verdarb Die Herzogin Christina Wurde Verworfen Nicht Sowohl Wie Es Hieß Weil Die Abhängigkeit Ihrer Länder Von Frankreich Sie Dem Spanischen Hofe Verdächtig Macht Als Vielmehr Deswegen Weil Sie Dem Niederländischen Volk Und Dem Prinzen Von Oranien Willkommen War Ende Von Erstes Buch Wilhelm Von Oranien Und Graf Von Egmont Erstes Buch Margareta von Parma Oberstatthalterin Der Niederlande Von Geschichte Des Abfalls Der Vereinigten Niederlande Von Der Spanischen Regierung Dies Ist Eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahme Aufnahmen Sind Lizenzfrei Und In Öffentlichem Besitz Weitere Informationen Und Hinweise Zur Beteiligung An Diesem Projekt Gibt Es Bei LibriVox Punkt Org Fußnoten Und Fremdsprachige Zitate Lässt Der Vorleser Aus Geschichte Des Abfalls Der Vereinigten Niederlande Von Der Spanischen Regierung Von Friedrich Von Schiller Erstes Buch Margaretha von Parma Oberstatthalterin Der Niederlande In dem zu regieren margaretha war eine natürliche tochter karls des fünften von einem niederländischen fräulein um die ehre ihres hauses zu schonen wurde sie anfangs in der dunkelheit erzogen ihre mutter aber die mehr eitelkeit als ehre besaß war nicht sehr besorgt das geheimnis ihres ursprungs zu verwahren und eine königliche erziehung verriet die kaisers tochter noch als kind wurde sie der statthalterin margaretha ihrer großtante nach brüssel zur erziehung gegeben welche sie in ihrem achten jahre verlor und mit ihrer nachfolgerin der königin maria von ungarn einer schwester des kaisers vertauschte schon in ihrem vierten jahre hatte sie ihr vater mit einem prinzen von ferrara verlobt nachdem aber diese verbindung in der folge wieder aufgelöst worden bestimmte man sie alexandern von medicis dem neuen herzog von florenz zur gemahlin welche vermählung auch wirklich nach der siegreichen rückkehr des kaisers aus afrika in neapel begangen wurde noch im ersten jahr einer unglücklichen ehe entreißt ihr ein gewaltsamer tod den gemahl der sie nicht lieben konnte und zum dritten mal muß ihre hand der politik ihres vaters wuchern octavius farnese ein dreizehnjähriger prinz und nepote pauls des dritten erhält mit ihrer person die herzogtümer parma und piacenza zum brautschatz und margareta wird durch ein seltsames schicksal als eine volljährige mit einem knaben getraut wie sie ehmals als kind einem manne verhandelt worden ihr wenig weiblicher geist machte diese letzte verbindung noch unnatürlicher denn ihre neigungen waren männlich und ihre ganze lebensweise spottete ihres geschlechts nach dem beispiel ihrer erzieherin der königin von ungarn und ihrer urgroßtante der herzogin maria von burgund die in dieser liebhaberei den tod fand war sie eine leidenschaftliche jägerin und hatte dabei ihren körper so abgehärtet dass sie alle strapazen dieser lebensart trotz einem manne ausdauern konnte ihr gang selbst zeigte so wenig grazie dass man vielmehr versucht war sie für einen verkleideten mann als für eine männliche frau zu halten und die natur deren sie durch diese grenzenverletzung gespottet hatte rächte sich endlich an ihr durch eine männerkrankheit das podagra diese so seltenen eigenschaften krönte ein derber mönchsglaube den ignatius loyola ihr gewissensrath und lehrer den ruhm gehabt hatte in ihre seele zu pflanzen unter den liebeswerken und bußübungen womit sie ihre eitelkeit kreuzigte ist eine der merkwürdigsten dass sie in der karwoche jedes jahrs einer gewissen anzahl armen denen auf das schärfste untersagt war sich vorher zu reinigen eigenhändig die füße wusch sie bei tische wie eine magd bediente und mit reichen geschenken entließ es braucht nicht viel mehr als diesen letzten charakterzug um den vorzug zu begreifen den ihr der könig vor allen ihren nebenbuhlern gab aber seine vorliebe für sie wurde zugleich durch die besten gründe der staatskunst gerechtfertigt margareta war in den niederlanden geboren und auch da erzogen sie hatte ihre erste jugend unter diesem volke verlebt und viel von seinen sitten angenommen zwei statthalterinnen unter deren augen sie erwachsen war hatten sie in den maximen nach und nach eingeweiht nach welchen dieses eigentümliche volk am besten regiert wird und konnten ihr darin zu einem vorbilde dienen es mangelte ihr nicht an geist und an einem besonderen sinn für geschäfte den sie ihren erzieherinnen abgelernt und nachher in der italienischen schule zu größerer vollkommenheit gebracht hatte die niederlande waren seit mehreren jahren an weibliche regierungen gewöhnt und philipp hoffte vielleicht dass das scharfe eisen der tyrannei dessen er sich jetzt gegen sie bedienen wollte von weiblichen händen sanfter einschneiden würde einige rücksicht auf seinen vater der damals noch lebte und dieser tochter sehr wohl wollte soll ihn wie man behauptet bei dieser wahl gleichfalls geleitet haben so wie es auch wahrscheinlich ist daß er den herzog von parma dem er damals eine bitte abschlagen mußte durch diese aufmerksamkeit für seine gemahlin verbinden wollte da die ländereien der herzogin von seinen italienischen staaten umfangen und zu jeder zeit seinen waffen bloßgestellt waren so konnte er mit umso weniger gefahr die höchste gewalt in ihre hände geben zu seiner völligen sicherheit blieb noch alexander fanese ihr sohn als ein unterpfand ihrer treue an seinem hof alle diese gründe zusammen hatten gewicht genug den könig für sie zu bestimmen aber sie wurden entscheidend weil der bischof von arras und der herzog von alba sie unterstützten letzterer scheint es weil er alle übrigen mitbewerber haßte oder beneidete jener weil seine herrschbegierde wahrscheinlich schon damals die große befriedigung ahndete die in dem schwankenden gemüt dieser fürstin für sie bereitet lag philipp empfing die neue regentin mit einem glänzenden gefolge an der grenze des landes und führte sie in prächtigem pompe nach gent wo die generalstaaten waren versammelt worden da er nicht willens war sobald nach den niederlanden zurückzukehren so wollte er noch ehe er sie gänzlich verließ die nation durch einen solennen reichstag befriedigen und den anordnungen die er getroffen hatte eine größere sanktion und gesetzmäßige stärke geben zum letzten mal zeigte er sich hier seinem niederländischen volk das von nun an sein schicksal nur aus geheimnisvoller ferne empfangen sollte den glanz dieses feierlichen tages zu erheben schlug er eilf neue ritter des goldenen fließes ließ seine schwester auf einem stuhl neben sich niedersitzen und zeigte sie der nation als ihre künftige beherrscherin alle beschwerden des volks über die glaubensedikte die inquisition die zurückhaltung der spanischen truppen die aufgelegten steuern und die gesetzwidrige einführung fremder in die ämter des landes kamen auf diesem reichstag in bewegung und wurden von beiden teilen mit heftigkeit verhandelt einige mit list abgewiesen oder scheinbar gehoben andere durch macht sprüche zurückgeschlagen weil er ein fremdling in der landessprache war redete der könig durch den mund des bischofs von arras zu der nation zählte ihr mit ruhmredigem gepränge alle wohltaten seiner regierung auf versicherte sie seiner gnade fürs künftige und empfahl den städten noch einmal aufs ernstlichste die aufrecht haltung des katholischen glaubens und die vertilgung der ketzerei die spanischen truppen versprach er sollten in wenigen monaten die niederlande räumen wenn man ihm nur noch zeit gönnen wollte sich von den vielen ausgaben des letzten krieges zu erholen um diesen truppen ihre rückstände bezahlen zu können ihre landesgesetze sollten unangefochten bleiben die auflagen sie nicht über ihre kräfte drücken und die inquisition ihr amt mit gerechtigkeit und mäßigung verwalten bei der wahl einer oberstatthalterin setzte er hinzu habe er vorzüglich die wünsche der nation zu rate gezogen und für eine eingeborne entschieden die in ihren sitten und gewohnheiten eingeweiht und ihnen durch vaterlandsliebe zugetan sei er ermahne sie also durch ihre dankbarkeit seine wahl zu ehren und seiner schwester der herzogin wie ihm selbst zu gehorchen sollten schloß er unerwartete hinderungen sich seiner wiederkunft entgegensetzen so verspreche er ihnen an seiner stadt den prinzen karl seinen sohn zu senden der in brüssel residieren sollte einige beherztere glieder dieser versammlung wagten noch einen letzten versuch für die gewissensfreiheit jedem volk meinten sie müsse nach seinem nationalcharakter begegnet werden wie jedem einzelnen menschen nach seiner leibeskonstitution so könne man zum beispiel den süden unter einem gewissen grade des zwangs noch für glücklich halten der dem norden unerträglich fallen würde nimmermehr setzten sie hinzu würden sich die fläminger zu einem joche verstehen worunter sich spanier vielleicht geduldig beugten und wenn man es ihnen aufdringen wollte lieber das äußerste wagen diese vorstellung unterstützten auch einige räte des königs und drangen ernstlich auf milderung jener schrecklichen glaubensedikte aber philipp blieb unerbittlich lieber nicht herrschen war seine antwort als überketzer nach einer einrichtung die schon karl der fünfte gemacht hatte waren der oberstatthalterin drei ratsversammlungen oder kammern zugegeben welche sich in die verwaltung der reichsgeschäfte teilten solange philipp selbst in den niederlanden anwesend war hatten diese drei gerichte sehr viel von ihrer gewalt verloren und das erste von ihnen der staatsrat beinahe gänzlich geruht jetzt da er das heft der regierung wieder aus den händen gab gewannen sie ihren vorigen glanz wieder in dem staatsrat der über krieg und frieden und die auswärtige sicherheit wachte saßen der bischof von arras der prinz von oranien der graf von egmont der präsident des geheimen rats viglius von zoirchem von aita und der graf von barlamont präsident des finanzrats alle ritter des goldnen vlieses alle geheimräte und wie auch die mitglieder des großen senats zu mecheln der schon durch karl den fünften dem geheimen rat in brüssel untergeben war hatten im staatsrat sitz und stimme wenn sie von der oberstatthalterin ausdrücklich dazu geladen wurden die verwaltung der königlichen einkünfte und kammergüter gehörte dem finanzrat und der geheimrat beschäftigte sich mit dem gerichtswesen und der bürgerlichen ordnung des landes und fertigte die begnadigungsscheine und freibriefe aus die erledigten statthalterschaften der provinzen wurden entweder neu besetzt oder die alten bestätigt flandern und atrois erhielt der graf von egmont holland seeland utrecht und westfriesland mit der grafschaft burgund der prinz von oranien der graf von aremberg ostfriesland oberüssel und gröningen der graf von mannsfeld luxemburg berlemont namur der marquis von bergen hennegau chateau cambrésil und valencien der baron von montigny tournay und sein gebiet andere provinzen wurden andern gegeben welche unserer aufmerksamkeit weniger würdig sind philipp von montmorency graf von horne dem der graf von meghheim in der statthalterschaft über geldern und sydpen gefolgt war wurde als admiral der niederländischen seemacht bestätigt jeder provinzstatthalter war zugleich ritter des vließes und mitglied des staatsrats jeder hatte in der provinz der er vorstand das kommando über das kriegsvolk welches sie deckte die oberaufsicht über die bürgerliche regierung und das gerichtswesen nur flandern ausgenommen wo der statthalter in rechtssachen nichts zu sagen hatte brabant allein stand unmittelbar unter der oberstatthalterin welche dem herkommen gemäß brüssel zu ihrem beständigen wohnsitz erwählte die einsetzung des prinzen von oranien in seine statthalterschaften geschah eigentlich gegen die konstitution des landes weil er ein ausländer war aber einige ländereien die er in den provinzen zerstreut besaß oder als vormund seines sohnes verwaltete ein langer aufenthalt in dem lande und vorzüglich das uneingeschränkte vertrauen der nation in seine gesinnungen ersetzten an wirklichem anspruch was ihm an einem zufälligen abging die nationalmacht der niederländer die wenn sie vollzählig war aus 3000 pferden bestehen sollte jetzt aber nicht viel über 2000 betrug wurde in vierzehn eskadronen verteilt über welche außer den statthaltern der provinzen noch der herzog von arschot die grafen von hoxsträten bossu roe und brederode den oberbefehl führten diese reuterei welche durch alle siebenzehn provinzen zerstreut war sollte nur für schnelle bedürfnisse fertig stehen so wenig sie auch zu größern unternehmungen hinreichte so war sie doch zur aufrechthaltung der inneren ruhe des landes genug ihr mut war geprüft und die vorigen kriege hatten den ruhm ihrer tapferkeit durch ganz europa verbreitet außer ihr sollte auch noch fußvolk angenommen werden wozu sich aber die staaten bis jetzt nicht verstehen wollten von den ausländischen truppen waren noch einige deutsche regimenter im dienst welche auf ihre bezahlung warteten die 4000 spanier über welche so viel beschwerde geführt wurde standen unter zween spanischen anführern mendosa und romero und lagen in den grenzstädten in besatzung unter den niederländischen großen welche der könig bei dieser stellenbesetzung vorzüglich auszeichnete stehen die namen des grafen von egmont und wilhelms von oranien obenan so tief schon damals der haß gegen diese beiden und gegen den letztern besonders bei ihm wurzel gefaßt hatte so gab er ihnen dennoch diese öffentlichen merkmale seiner gunst weil seine rache noch nicht reif war und das volk sich schwärmerisch verehrte beider güter wurden steuerfrei erklärt die einträglichsten statthalterschaften wurden ihnen gegeben durch das angebotene kommando über die zurückgelassenen spanier schmeichelte er ihnen mit einem vertrauen daß er sehr entfernt war wirklich in sie zu setzen aber zu eben der zeit wo er den prinzen durch diese öffentlichen beweise seiner achtung verpflichtete wusste er ihn in geheim desto empfindlicher zu verwunden aus furcht daß eine verbindung mit dem mächtigen hause lothringen diesen verdächtigen vasallen zu kühnern anschlägen verleiten möchte hintertrieb er die heirat die zwischen ihm und einer prinzessin dieses hauses zustande kommen sollte und zernichtete seine hoffnung die ihrer erfüllung so nahe war eine kränkung welche der prinz ihm niemals vergeben hat der haß gegen diesen gewann es sogar einmal über seine angeborne verstellungskunst und verleitete ihn zu einem schritte worin wir philipp den zweiten gänzlich verkennen als er zu wlissingen an bord ging und die großen des landes ihn am ufer umgaben vergaß er sich so weit den prinzen rauh anzulassen und ihn öffentlich als den urheber der flandrischen unruhen anzuklagen der prinz antwortete mit mäßigung daß nichts geschehen wäre was die staaten nicht aus eigenem antrieb und den rechtmäßigsten beweggründen getan nein sagte philipp indem er seine hand ergriff und sie heftig schüttelte nicht die staaten sondern sie 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 der prinz stand verstummt und ohne des königs einschiffung abzuwarten wünschte er ihm eine glückliche reise und ging nach der stadt zurück so machte privathass die erbitterung endlich unheilbar welche wilhelm gegen den unterdrücker eines freien volks längst schon im busen trug und diese doppelte aufforderung brachte zuletzt das große unternehmen zur reife das der spanischen krone sieben ihrer edelsten steine entrissen hat philipp hatte seinem wahren charakter nicht wenig vergeben da er die niederlande noch so gnädig entließ die gesetzmäßige form eines reichstags diese willfährigkeit seine spanier aus ihren grenzen zu führen diese gefälligkeit die wichtigsten ämter des landes durch die lieblinge des volks zu besetzen und endlich das opfer das er ihrer reichsverfassung brachte da er den grafen von feria aus dem staatsrat wieder zurücknahm waren aufmerksamkeiten deren sich seine großmut in der folge nie wieder schuldig machte aber er bedurfte jetzt mehr als jemals den guten willen der staaten um mit ihrem beistand womöglich die große schuldenlast zu tilgen die noch von den vorigen kriegen her auf den niederlanden haftete dadurch dass er sich ihnen durch kleinere opfer gefällig machte hoffte er ihnen vielleicht die genehmigung seiner wichtigen usurpationen abzugewinnen er bezeichnete seinen abschied mit gnade denn er wusste in welchen händen er sie ließ die fürchterlichen auftritte des todes die er diesem unglücklichen volke zugedacht hatte sollten den heitern glanz der majestät nicht verunreinigen die gleich der gottheit nur mit wohltun ihre pfade bezeichnet jener schreckliche ruhm war seinen stellvertretern beschieden dennoch aber wurde durch errichtung des staatsrats dem niederländischen adel mehr geschmeichelt als wirklicher einfluß gegeben der geschichtschreiber strada der von allem was die oberstatthalterin betraf aus ihren eigenen papieren am besten unterrichtet sein konnte hat uns einige artikel aus der geheimen instruktion aufbehalten die ihr das spanische ministerium gab wenn sie merkte heißt es darin unter andern daß die räte durch faktionen geteilt oder was noch weit schlimmer wäre durch privatkonferenzen vor der sitzung gerüstet und miteinander verschworen seien so sollte sie die ganze ratsversammlung aufheben und in einem engeren ausschuss eigenmächtig über den streitigen artikel verfügen in diesem engeren ausschuss den man die konsulta nannte saßen der bischof von arras der präsident viglius und der graf von berlamont ebenso sollte sie verfahren wenn dringende fälle eine raschere entschließung erforderten wäre diese anstalt nicht das werk eines willkürlichen despotismus gewesen so könnte vielleicht die vernünftigste staatskunst sie rechtfertigen und selbst die republikanische freiheit sie dulden bei großen versammlungen wo viele privatverhältnisse und leidenschaften mit einwirken wo die menge der hörer der eitelkeit und dem ehrgeize des redners einen zu prächtigen spielraum gibt und die parteien oft mit ungezogener heftigkeit durcheinander stürmen kann selten ein ratschluss mit derjenigen nüchternheit und reife gefasst werden wie noch wohl in einem engern zirkel geschieht wenn die mitglieder gut gewählt sind nicht zu gedenken dass bei einer zahlreichern menge mehr beschränkte als erleuchtete köpfe vorauszusetzen sind die durch das gleiche recht der stimmen die mehrheit nicht selten auf die seite der unvernunft lenken eine zweite maxime welche die statthalterin in ausübung bringen sollte war diese diejenigen glieder des rats welche gegen eine verordnung gestimmt hätten nachdrücklich anzuhalten diese verordnung wenn sie die oberhand behalten ebenso bereitwillig zu befördern als wenn sie ihre eifrigsten verfechter gewesen wären dadurch würde sie nicht nur das volk über die urheber eines solchen gesetzes in ungewißheit erhalten sondern auch den privatgezänken der mitglieder steuern und bei der stimmengebung eine größere freiheit einführen aller dieser fürsorge ungeachtet hätte philipp die niederlande niemals ruhig verlassen können so lange er die obergewalt im staatsrath und den gehorsam der provinzen in den händen des verdächtigen adels wußte um also auch von dieser seite seine furcht zu beruhigen und sich zugleich der statthalterin zu versichern unterwarf er sie selbst und in ihr alle reichsangelegenheiten der höhern einsicht des bischofs von arras in welchem einzigen mann er der furchtbarsten kabale ein hinreichendes gegengewicht gab an diesen wurde die herzogin als an ein untrügliches orakel der majestät angewiesen und in ihm wachte ein strenger aufseher ihrer verwaltung unter allen gleichzeitigen sterblichen war granvella die einzige ausnahme die das misstrauen philipps des zweiten erlitten zu haben scheint weil er diesen in brüssel wusste konnte er in segovien schlafen er verließ die niederlande im september des jahres 1559 ein sturm versenkte seine flotte da er bei laredo in biskaja gerettet ans land stieg und seine finstre freude dankte dem erhaltenden gott durch ein abscheuliches gelübde in die hände eines priesters und eines weibes war das gefährliche steuer der niederlande gegeben und der feige tyrann entwischte in seinem betstuhle zu madrid den bitten und klagen und verwünschungen seines volks margareta von parma oberstatthalterin der niederlande